Okay, Chat, lasst uns anfangen. Also, was war jetzt nochmal genau der Plan? Wir machen eine Challenge. Was ist das hier? Moment. Wir machen eine Challenge. Eine gute alte Roguelike-Challenge. Ich hab mir ein paar Mods zusammengepackt und mir überlegt, wie ich daraus irgendwie einen Roguelike-Modus aus Dingens machen kann. Was ist Roguelike? Roguelike, wenn man stirbt, ist alles wieder resettet. Alles ist gerandomized, die Wege zum Ende sind gerandomized, die Bosse sind gerandomized, die Gegner sind gerandomized, die Items sind gerandomized. Alles ist gerandomized. Und die Idee ist dahinter, dass ich irgendwann mal den Endboss erreiche und den Endboss zu erreichen brauche ich vier Runen. Und diese vier Runen kriege ich nur von coolen Bossen. Aber diese Runen speichern sich. Quasi, wenn ich eine gefunden habe und dann sterbe und dann wieder von vorne anfangen muss, bleibt diese gespeichert und so weiter. Bis ich irgendwann vier Runen habe und den Weg zum Endboss finde und ihn besiege, ist vorbei. Das Ziel-Chat, let's go. Natürlich ist auch der Start gerandomized. Und zwar startet der hier. Oh, das ist doch schon, glaube ich, recht geil, oder? Dieser Degen hier. Ich glaube, der ist recht stark. Der hat irgendwie, glaube ich... Ist das der Degen, der Dingens macht? Liebe? Der, ähm... Wie heißt der Stat noch mal? Der ist von dieser Ameise. Und dieser Stat, der... Dieser pinke Stat, wo dann Leute, wo dann Gegner daran mit der Zeit krepieren. Ihr wisst schon, was ich bestimmt meine, wenn ich Elden Ring gespielt habe. Scarlet Rod, genau. Ist das schon so... Ist das, glaube ich, so ein Scarlet Rod-Ding? Ich glaube, ja, ne? Und den generell recht nice in Elden Ring. Und dann Scarlet Rod. Ich glaube, das könnte ganz geil sein. Und der hat noch... Noch ne zweite Waffe. Irgendein Katana oder sowas. Nie gesehen, die Waffe. Ja, spiel mal Elden Ring mehr. So, hier... Okay. Okay. Wer ist der denn? Wer ist der denn? Okay. Warte, ich ändere mal kurz die Kategorie. Wer das Essen, der ist bezahlt. Wenn ich... Jedes Mal, wenn ich jetzt raus habe, sehen wir TikTok. Warte, ich ändere mal kurz die Kategorie. So. Also, das war der mit den Big Dingern. Hey Nordic, was geht ab? Ich habe keine Ahnung, was dieses Schwert ist. Das ist aber nicht dieses Sword of Night in Flame, oder? Junge, wieso ist der Cape so Rainbow-mäßig? Können Börser auch anstatt normale Gegner auf der Overworld spawnen? Äh, wir sind nicht auf der Overworld unterwegs. Wir sind nur in Dungeons unterwegs. Das Shit ist sick. Aber was soll ich mit dem scheiß Pimmeldolch? Das Einhornfeld, ich dachte, das ist irgendwie von Blythe, die hier als Magier. Und der hat auch direkt irgendeine Axt. Also, Magier könnte eigentlich auch recht stark in diesem Randomizer-Run sein. Weil, ich habe ja so eingestellt, dass alles, was ich an Items finde, ich auch benutzen kann. Ähm, das heißt, wenn ich Zauber finde, wo ich irgendwie 80 Intelligenz brauche, was es, glaube ich, nicht gibt. Junge, was ist das für eine Waffe? Noch nie gesehen. Dann kann ich theoretisch den Spell benutzen. Also, wenn ich halt, ähm... Boah, der hat den supergeilen Zauberstab-Chat. Der Zauberstab ist, glaube ich, richtig stark, ne? Hier ist ein Katana. Ist das das Moonwheel-Katana? Das könnte das Moonwheel-Katana sein, ne? Und Parishield, Alter. Boah, das sind echt viele gute... Yo, der Bonkers! Yo, hier wird gebonkert! It's bonking time! Boah, das sind alles eigentlich echt interessante Runs, Chat. Also, der Bonker ist geil. Der ist nice. Ähm, ich konnte, glaube ich, auch irgendwie... Warte, ich konnte, glaube ich, auch hier, glaube ich, so wechseln, ja. Ähm, Moonwheel-Katana ist halt easy game. Das könnte halt richtig geil sein. Ich starte hier mit schon einem der stärksten Zauberstäbe. Und wenn ich dann irgendwie einen sicken Spell finde, dann könnte das richtig easy werden. Ähm, das habe ich keine Ahnung, ob das geil ist. Davon habe ich keine Ahnung. Das ist das Dingens, Meteor-Katana. Das könnte auch ganz geil sein, ne? Äh, das Trash. Das Trash. Das wollen wir nicht. Ähm, und hier Scarlet Rod könnte halt auch richtig geil sein. Das könnte auch geil sein, ne? Ähm, ich habe keine Ahnung, was die Minuszahlen bedeuten. Keine Ahnung. Das Ding ist halt, wenn ich halt mit dem Zauberstab hier anfange. Ich finde, Warrior sieht nice aus, wegen dem Doppelding. Ich meine, wir gehen jetzt einfach rein, Chat. Also, nicht hier lange großartig planen, überlegen. Weil, ich werde wahrscheinlich gleich fünf Minuten, nach fünf Minuten eh sterben. Ich muss erstmal ins Spiel reinkommen, ne? Aber hast du dann auch Zauber? Ne, die muss ich ja finden. Das ist es ja. Aber wenn ich dann einen Zauber gefunden habe, dann wird richtig geböllert. Dann schalle ich die ganzen Zauber, boom, 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 links, rechts. Dann geht's richtig ab. Ähm, ich würde sagen, wir fangen ganz entspannt an, Leute. Mit dem Bonker, nein. Ähm. Vielleicht mit so einem Katana-Chat? Boah, ich kann mich nicht entscheiden. Ich muss mich aber entscheiden. Wir müssen schnell machen. Ähm. Ähm. Ich mach den Degen. Ich mach den Degen. Okay, Name. Erster Name ist Klopo. Ich mach den Degen. Junge, Elden Ring wieder seit langem Und jetzt Geil Okay, das ist die Weapon Art Stark Könnt geil werden Könnt geil werden Ist ganz schön laut, ne? Ist ja auch quasi Bootcamp fürs DLC Ja, wenn das DLC kommt in dem Monat im Juni Machen wir vielleicht hier im Juni Vielleicht irgendwie einen größeren, besonderen Run Der vielleicht ein bisschen länger dauert Äh, als so ein paar Stunden Schabernack Vielleicht machen wir da was Größeres als Vorbereitung Ja, ich bin auch sehr hyped aufs DLC Ich bin auch sehr hyped Und Gentleman Goes, danke schön für 57 Monate Okay, let's go Wo lande ich zuerst? Buu, 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 buu Buu, buu, buu Buu, buu Wir sind in Subterranean Schuninggrounds Und ich hab keine Lampe Oder? Es gab irgendwas mit Lampe Eine Einstellung Okay, nee Ähm Ähm Ich dachte Es gab irgendwie so eine Einstellung mit der Lampe Dass du irgendwie super early und easy an eine Lampe rankommst Dass du halt dann nicht irgendwie Das ganze Game ohne Lampe rumlaufen musst Ich dachte mir, für Stream ist es ganz nett Wenn ich sehr früh eine Lampe habe Aber ich glaube, es gab nur eine Einstellung Dass jeder Händler eine Lampe hat Oder es glaube ich war so, dass ich Im Roundtable eine Lampe finde Ähm Deshalb lass kurz zurückgehen Roundtable Aber Moment mal Wenn ich jetzt Roundtable gehe, Leute Ne, das wird funktionieren Lass Roundtable gehen Ich kaufe eine Lampe Aber dafür brauche ich runen, ne? Okay, wir töten kurz einen Gegner Holen uns eine Lampe Äh, ja Jeder, der Jeder Charakter, den ich hier spiele Der, wenn er stirbt, stirbt er auch im echten Leben Also Klorpong Es tut mir leid Oh, er macht direkt die Schalerung Okay Komm ran, Dugi Aber ja, ähm Ich habe natürlich auch so eingestellt, ne? Dass, äh, dass, ne Ne Schwierigkeitskurve Gibt Sprich, ähm Die Gegner skalieren halt Uh Und die werden halt jetzt nicht irgendwie Normalerweise ist das ja ein Ort Wo man erst später reinkommt Und dann würde ich mit diesem Mit diesem Level Komplett deletet werden Ich meine, ich werde ja gerade auch deletet Aber, ja Ich sehe aber auch nichts Okay, ich habe ihn Du lebst noch Alles gut, du lebst noch Du lebst noch Äh, und das wurde jetzt so angepasst Natürlich, dass ich hier nicht einfach so easy Weggeschallert werden kann, ne? Ja, ja, ich mache gerade die Kamera woanders hin Sorry Ich bin gerade fast gestorben Hat er gerade ein Seil nach mir geworfen? Backstep! Oh! Ins Ohrschloch, Digga So So, dann gehen wir kurz Ist hier noch ein Gegner? Da ist noch ein Gegner Oh, der lebt noch Lol Ich dachte, he dead So, wir gehen kurz Zurück Ich hole eine Lampe Damit ihr auch im Stream was seht Und ändere kurz mal hier Die Kameraperspektive Damit ihr auch alles vom UI seht Was ist aus Blythe geworden, Chat? Okay Ähm Shopey, Shopey? Shopey, Shopey dahin Corinne ist nicht mehr derselbe Der hat eine andere Maske bekommen So, und jetzt sollte ich hier eine Lampe kaufen können Die kostet 1800 Was ist das denn für ein Wucher? Ich dachte, ein paar Gegner töti, töti Und dann habe ich genug Wie viel habe ich? 400 Moment, ich habe noch ein anderes Kartan Ich habe eine Nagikaba Ich habe noch eine andere Waffe Oh, was ist das für ein Gerät? Ja, wir haben auf jeden Fall hier schon mal interessante Sachen Die wir kaufen könnten Wir haben hier zwei Sacred Tears Die verstärken meine Heilung Und einen goldenen Samen Der meine Anzahl an Heilungen erhöht Das ist schon eigentlich sehr nice Aber ja, ich brauche die Lampe eigentlich Ja, dann müssen wir wohl den Anfang jetzt ein bisschen im Dunkeln verbringen, Chad Es tut mir leid Es tut mir leid So, dann Das blendet wenigstens nicht Ich habe Angst im Dunkeln Äh, ich stelle mir einfach das Spiel auch einfach ganz hell Schlecht vorbereitet mit dem Stream Ne, das hat ja nichts mit der Vorbereitung zu tun Äh, das hätte ich jetzt auch nicht ändern können Die Vorbereitung war, dass ich jederzeit zurückporten kann Und jederzeit mir die Lampe holen kann Das ist das Beste, was man machen kann Besser geht's nicht Ähm Wo ist die Helligkeit? Hier Ich mache einfach ganz hell Deine Vorbereitung war doch alles vor dem Stream vergessen oder nicht Äh, ne, meine Vorbereitung war am Sonntag Letzte Woche Da habe ich alles vorbereitet Alles getestet, alles eingestellt So, ich habe ein super langes Katana Ich wollte eigentlich mit dem Degen spielen Wegen dem Scarlet Rod Ähm, aber Scarlet Rod ist dann vielleicht für Bosse ganz geil, ne Für normale Gegner ist das vielleicht das Katana ganz cool Und hey, Gamer, was geht ab? Oh, theoretisch können wir heute auch die andere Playlist ballern, ne Die mit den Banger, mit der, mit der, mit der Banger Musik Jetzt muss ich natürlich den Typ nochmal töten Kann ich hier hingehen? Ist das ein bisschen besser? Könnt ihr ein bisschen mehr sehen, Chat? Jo, wo kommt der denn jetzt her? Wieso ist der ein riesiger Wagen? Der war doch vorher gar nicht da Okay, jetzt drauf Okay, ich bin eingesperrt Ich muss hier weg Wo kommt der riesige Wagen her? Junge, der Anfang ist hier schon Katastrophe Oh, das Katana ist so geil lang, Mann Ich mach dich lang Ey, wieso ist er direkt ohne zu casten gespuckt? Nein Nein Oh, ich bin gestorben Ja, ciao, Kloppo Ja, der Anfang, Chat Der Anfang war aber auch Bodenlos scheiße Der war aber auch echt Bodenlos scheiße So, ich muss jetzt kurz neu randomisen Du, ja Du, du, ja Du, 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 ja Du, 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 ah Wie randomize ich jetzt? Nochmal neu Ich lösche den Seed Okay, ich lösche den Seed Ich bin eher so für die kleinen Dinge im Leben Das, was zählt Momo Naito ist die Technik Okay Ist das der erste Ellen Ring Stream Oder gab es schon welche, die ich verpasst habe? Ich habe schon sehr oft Ellen Ring gestreamt Ja Das ist nicht der erste Ey, jedes Mal, wenn ich jetzt sterbe Ich schaffe, müssen wir kurz randomisen Das dauert dann kurz ein bisschen Boop, piep, boop, bap, bap Der All-Only-Up-Elden-Ring Stream war mein Fave Das ist auch eine Katastrophe, Mann Wie werde ich auf dem Discord als Sub-Account? Du musst deinen Sub-Account Dein Sub-Account Dein Twitch-Account und dein Discord-Account miteinander verbinden Irgendwo in den Discord-Settings Kannst du deinen Account verknüpfen Und dann kriegst du vom Bot Automatisch eine Rolle So Ich bin fertig Und let's go Während wir warten Lass eine Beerdigung für Chloropor machen Ich wollte die Playlist ändern Die Playlist mit den Bangern Ich hab das Gefühl Die Musik ist halt irgendwie super laut Yeah Banger So, New Game Ich muss was löschen Boop, boop, piep, boop, boop Hatte den falschen Twitch-Account verbunden Stark So Okay Was haben wir hier? Eine riesige Keule Mit einer Second-Waffe So eine Glaubenswaffe So ein komischer Dol So ein komisches Schwert Was so Ey, das sind so Faustwaffen, glaub ich, ne? Bidabu, bibab, 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 boop, boop, boop Oh, Doppelschwerter Junge, das ist sick Bibabu, bibab Oh Die Faustwaffe von Nile Das könnte auch ganz geil sein Was ist das denn? Das ist die Waffe von Astel Boah, die ist sick Ich glaub, die ist nehm ich Ich glaub, die anderen interessieren mich gar nicht mehr Boah, das Ding ist auch geilo Junge, der Song Jo, der Millenia-Hut Helm Das Ding ist auch geil Ähm Ich will den hier, Chad Mal gucken, wie lange Kitty überlebt Habt was denn jetzt Waffe nie gesehen? Ich auch nicht An die VOD-Zuschauer Ist das jetzt bestimmt grad richtig weird Wie ich so voll die Musik mit versuche zu singen und abgehe Weil VOD-Zuschauer hören nur Stille Denkt euch hier einfach gerade euren Lieblings-Banger-Song an die VOD-Zuschauer Stellt euch hier einfach was Geiles vor Ist jetzt auch schon zu Ende Okay, was kann die Waffe? Wuppa 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 Okay Er hat zwei Angriff Wuppa Und was ist mit L2? Jo, let's go Jo, jetzt explodiert alles Nice Wir haben gewonnen, Chad Ja, WOD-Zuschauer müssen Spotify machen Aber ich mein, so ein WOD ist an sich auch ganz geil Für Fürs Zuschauen Wenn man nebenbei grad was anderes macht Irgendwie ein anderes Game zockt oder so Dann Kannibalisiert sich die Musik nicht gegenseitig So, vielleicht jetzt bitte irgendwas Helleres Wo ich keine Lampe brauche Bitte Ah, Vulcan Manor Sogar mit ner Grace Den Song skipp ich Ich hab jetzt mein Keepsack gar nicht geändert, ne? Ich hab kein Golden Seed mir geholt Äh, ich mach mal Ich behalte mal einen Mana-Pod Weil die Weapon-Art ist bestimmt super strong Vor allem für große Bosse bestimmt Irgendwas nicht gefährliches Ja, ich mein Vulcan Manor geht doch voll klar, oder? Ich spiel grad Drakengrad 3 nebenbei Oha, du hast einfach die beste Zeit deines Lebens Einfach die beste Zeit seines Lebens Den Song skippe ich auch Wo sind meine Genshin-Spiele? Also ich hab sehr, sehr viel Stunden in Grand Blue Reelink reingeballert Das ist doch so wie Genshin, oder? Also ich bin quasi Genshin-Spieler Waren Flegel schon immer so langsam? Irgendwie hab ich das Gefühl Die waren Viel schneller, oder? Nur Astels Flegel Ist ein bisschen langsamer Wow, Big Boy Big Boy-Alarm Okay, Chat, jetzt pass auf Pass auf, jetzt geht's ab Oh, schade Ich treff nichts Yeah Man kann ja springen in Elden Ring, ne? Springen ist Meter Da wird der S geslappt Und jetzt Zack Boom Das macht ja voll geilen Damage, Alter Imagine alles würde davon treffen So ein großer Boss oder so Also ich versuche Tainted Kane währenddessen zu kompletieren Aber der ist einfach schwerer als Lost und Tainted Lost Tainted Kane ist so schwer Ich dachte, der ist ziemlich broken Weil du da richtig krasse Kombis machen kannst Der Springer hat mich schon ein bisschen gesprungschreckt Gesprungschreckt Wolf So Was haben wir hier? Wow Tarnished Sunflower Stark Wie dieses Ding auch so wabbelt Also da, Chat Das sind ja ganze Universen Die ich mit mir schleppe Da ist irgendwo auch unser Universum drin Irgendwo ist da die Milchstraße drin Bekomme richtig Lust auf Elden Ring Oh Ich hab's vergessen Ich hab auch Ich hab auch durch die Durch das Durch den DLC Ankündigungen und so Und durch die Streams von Von Henno und Papa Blatt Äh Papa Blatte zusammen Hab ich irgendwie sehr viel Lust bekommen Wieder auf Elden Ring Und generell irgendwie Souls wieder Content Junge, was ist das für ein Song? Ja, Nier Nier ist immer gut Also theoretisch kann ich jetzt einfach hier durchrennen Na, aber Ich will ein bisschen was halt töten Mit der Hoffnung, dass ich vielleicht Irgendwelche coolen Items bekomme Junge, was habt ihr mit euren scheiß Flaschen? Yo, 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 Jungs! Okay, ich muss glaube ich viel vorsichtiger spielen, okay? Chat, ich muss viel vorsichtiger spielen Ich muss viel vorsichtiger spielen, okay? Das war aber jetzt echt Die Gegner waren echt gemein, okay? Die Gegner waren echt gemein, okay? Okay, während des gerandomized-Chat Können wir ein bisschen TikTok schauen Meine For You-Page ist leider nur richtig garbage Ich benutze Weil meine For You-Page so garbage Jetzt benutze ich kaum TikTok Dieser scheiß Trend, Chat Dieser dumme Scheiß-Trend Momentan bei mir auf jeder Plattform Sehe ich überall diesen dummen Trend Dass man immer so deutsche Sprichwörter nimmt Und dann Ja, der Raustas hier macht Das werden wir wahrscheinlich Werden wir wahrscheinlich gleich öfters sehen Stell dir vor, du gibst mir irgendein Ich hätte mir nur gewünscht Ja, ich glaube, der traurige Hamster-Trend, den habe ich hauptsächlich auf Instagram Nicht hier Auf TikTok habe ich irgendwie nur so Okay, ich will kein TikTok mehr schauen Wir sind auch fertig mit dem Randomizen, okay? Auf TikTok ist bei mir gerade For You-Page hauptsächlich irgendwas von Twitch Irgendwas von Twitch Die ganze Zeit Und ich skippe die schon alle Weil ich irgendwie was anderes haben will Außer Twitch Aber es kommt trotzdem immer nur Twitch Vor irgendwie einem halben Jahr oder so Hatte ich noch eine richtig geile For You-Page Wo ich aufmachen konnte beim Kacken für 2-3 Minuten Und ich hatte eine gute Zeit, diese 2-3 Minuten Ich hatte Spaß Ja Mittlerweile öffne ich und denke mir Holy Shit Ist das alles Kacke Okay, wen haben wir jetzt? Was haben wir jetzt? Was ist das für ein geiles Katana? Sieht giftig aus, Alter Es gibt so viele Waffen in Elden Ring Das ist insane Doppelthammer Uh Das ist ein cooles Speer, glaube ich Okay Uh, Peitsche Okay Der Zauberstab ist sick Die Klauen Die sind, glaube ich, nicht so geil Ich glaube, ich nehme den hier, Chad Den Prisoner Wir spielen ein bisschen mit der Keule Vielleicht finde ich dann einen geilen Spell Und dann spellen wir alles weg Keepsick Aber Moment Das ist jetzt auch alles gerandomeist hier Sacred Tear Uh 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 Ginger Mage Passt Wir haben einen Mage Und wir haben im Chat jemanden, der Ginger Mage heißt Perfekt Perfekt Du wirst jetzt lange leben, okay Aufwärmung ist jetzt vorbei Jetzt gebe ich mir Mühe Uh, ich habe sogar einen Spell Collapsing Stars Ist der Spell geil? Testen wir gleich Uh Ja Okay, und ich habe einen Kick Was ist das Ziel? Das Ziel ist, das Spiel durchzuspielen Und um das zu schaffen, muss ich vier große Runes finden Ich habe noch keine Dauert ein bisschen Ich muss erst mal reinkommen, okay Erstes Mal Elden Ring seit einem halben Jahr oder so Der Tredor Okay, ich bin im Knast No Oh, direkt weg Ne, okay Yo, die Keule ist richtig schnell Yo, Keule Okay, jetzt den Spell-Chat Boah, der ist glaube ich geil Wäre er nicht gedodged, glaube ich Ist das glaube ich richtig geil, ne? Mit dem Namen Kami kriegst du gottgleiche Stats Mit dem Namen Ginger Mage Werde ich stärker als jeder Gott Oh, noch einen Meteor-Staff bekommen Okay Ähm Der hat eine S-Scaling Die nehmen wir Meteor-Staff mit Meteor-Zauber Let's go Ich freue mich schon auf das neue Dragons-Dogma Ja, ich freue mich auch Ich hoffe, ich schaffe FF7 bis dahin Ganz gut durchzuspielen Ich werde wahrscheinlich Platin bis dahin nicht schaffen Ich weiß auch noch nicht, ob ich Platin da machen will Aber ja Ich habe jetzt rund drei Wochen Zeit FF7 durchzuspielen Und ich habe halt immer nur Abends nach den Streams Zeit Ich hoffe, ich kriege das hin Ansonsten spiele ich halt Dragons-Dogma Ein bisschen später Stink mir zwar, aber hey So, wir haben schon direkt den Schalter für den Endboss gefunden Äh, für den Endboss Für den Boss In dem Dungeon Jetzt muss ich nur den Weg zum Dungeon finden Äh, zu dem Boss Junge, heute ist reden Einfach nicht mein Ding, ne? Ey, die Keule ist echt geil, Mann Die ist so schnell Bonk, 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 Bonk Open World Platin ist doch geil Ich habe bisher einmal in meinem Leben Eine Open World Platin gemacht Und das war Death Stranding Und das war actually ganz funny Aber das Spiel war ja auch ein bisschen anders Als typische Open World Spiele Und FF7 hat Sehr viele typische Open World Mechaniken Wer bist du denn da oben? Äh, Kairi Leinchen Dankeschön für acht Monate, Mann Ich denke wir gehen in diese Richtung Einfach, weil ich glaube ich hier Normalerweise ging es hier zurück Da ist glaube ich noch ein Portal Das ist dieser Dungeon Das ist dieser verwirrende Dungeon Wo du dich die ganze Zeit hin und her portest So mit Kisten Da oben ist eine Schnecke Wie sie runterguckt Hallo Die kann halt zaubern, ne? Äh Und ich glaube das war der Dungeon Wo man die ganze Zeit sich hin und her portet Das heißt Wenn ich jetzt diese Kiste benutze Werde ich wo ganz ganz anders auftauchen Und nicht in diesem Dungeon Und da unten war glaube ich noch eine Kiste, ne? Ja, die portete ich auch weg Und wir wollen uns nicht porten Weil es ja alles gerandomized Sprich die Portale sind auch gerandomized Ich versuche mal einen anderen Weg zu finden Die Snacken sind aber auch echt cute Endlich geschafft Kegel geklärt Moment Genau Ich klär hier alles jetzt Ich klär jetzt den Boss hier Ja, okay Ich glaube ich komme nicht drum herum Chat Ich muss mich porten Alle Richtungen Haben nur Portkisten Schade Weil ich habe direkt den Hebel gefunden Für den Boss Oh Vielleicht habe ich die Kisten nicht gerandomized Kann das sein, dass ich die Kisten nicht gerandomized habe? Weil es gab auf jeden Fall eine Einstellung für die Kisten Vielleicht habe ich die Kisten nicht gerandomized Das wäre ganz angenehm Okay, okay Frenzy, Scarlet, alles, Alter Everyone is here Ui 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 Vielleicht sind die vom Dungeon separat Ne Also ich Ich bin mir ziemlich sicher Es gab eine Einstellung Dass man das aus und an machen konnte Dass diese Kistenportale Dich theoretisch auch wie Nebelwände Wo ganz, ganz anders hin porten können Man konnte es an und aus machen Und ich denke Ich habe es nicht Angemacht Sondern Vanilla gelassen Wie gesagt Ich habe es alles Sonntag eingestellt Das ist schon ein bisschen länger her Man, ich vergesse immer die Ebene Ich mache immer die falsche Ebene Chat, sorry Ich mache mal die falsche Ebene Äh, Szene Ja, Ebene, was auch immer Digga Oh ne, Escape Was geht ab? Äh, Death Stranding ist sehr nice Ich liebe Death Stranding Uh, Bosskampf Death Stranding war sehr, sehr nice Hatte ich sehr viel Spaß mit gehabt Ich frage mich unironisch Wie Scarlet Rod sich anfühlt Brennt das? Ist das wie Fieber? Oder ganz anders? Findest du heraus? Geh, geh, ähm Geh nach Kaled Okay, erster Bosskampf Was haben wir hier? Stimmt Kein Bosskampf Da ist ja ne Foggate Chat Lou Carey Da ist ja ne Foggate, Leute Ne Foggate Genau Okay Äh, nicht da runter Wir gehen in die Richtung Wie viele Seelen Haben wir hier? Ich habe hier 469 Okay Ja, okay Äh, ich Wieso greift ihr mich an? Ich habe doch ihre Freunde nicht angefasst Weil hier sind keine Freunde Wahrscheinlich ist die mit dem Mit dem Wolf befreundet Und jetzt sind sie beide tot Sie rächt sich an der Menschheit Ja, die Keule ist halt super nice Die ist so schnell Vor allem, dass sie auch mit R1 Angriffen staggern kann Wie man gerade gesehen hatte Bei der Bei der, ähm Bei der Qualle Und dann habe ich noch Meteor Stuff Mit Meteor Magie Das könnte vielleicht Ganz nett sein Bisher stellt sich Ginger Mage ganz gut an Hm Ah, da oben, Alter Was macht der da oben? Mein Biaco Was macht der da oben? Kriege ich den von hier? Deletet, Alter Einfach gelöscht Äh, Gegner können auch Bosse werden, ja Ach du Scheiße Wer bist du denn? Ich schiebe den einfach Ich darf nicht so greedy spielen, ne Ich muss ein bisschen vorsichtiger spielen Es ist ja quasi Mehr oder weniger auch Irgendwie irgendwo No Death, ne Also No Death Run Ein Roguelike ist ja auch Ne, No Death Schnell weg Explodiert der? Ne Was für Mods sind das alles dabei? Ich will das auch spielen Äh, nur Enemy Äh, Enemy Item und Fog Gate Randomizer Mehr nicht Nur die zwei Also Enemy und Item ist ja eine Mod Und dann Fog Gate Fertig Und Die hab ich dann so eingestellt Dass man quasi Mit dem Gedanken von einem Roguelike Quasi auch einen Roguelike spielen könnte Ähm Wo geht's denn hier weiter, Chat? Da unten komm ich da nicht weiter, oder? Ich hab schon länger keine Universität mehr besucht Doch, da unten geht's weiter Sieht so aus, als wäre der Sackgasse irgendwie Ah ne, da unten geht's weiter Okay, ich seh's Äh, wie genau das funktioniert Äh, wie halt ein Roguelike funktioniert Ne Alles, wenn du stirbst, fängst du von neu an Alles ist direkt neu Alles ist gerandomized Alle Bosse Alle Wege Alles ist neu Wir haben dich vermisst Wer ist wir? Äh Alles gerandomized Und ich muss alles wieder von vorne anfangen Und das Ziel ist das halt Vier große Runen zu finden Und danach den Weg zum Endboss zu finden Okay Okay Hey, der ist einfach so ein Duolant Die Community Die Community ist die ganze Zeit hier Seit vier Jahren Nur du nicht Wir Haben alle auf dich gewartet Okay, Schatz Jetzt wird's Jetzt wird's gruselig Oh, wow Der Damage Oh, hinter mir Spring Ginger Mage Ginger Mage Nein Ich hab nicht erwartet, dass er Seiner Hammer so weit schwingen kann Das hab ich tatsächlich nicht erwartet Äh, und Randomize Was ist dieser Dune 2 Spoiler, Chat? Einfach Dune 2 Spoiler Das ist wirklich nicht Man kann doch bei Man kann doch bei TikTok Irgendwo einstellen, Chat Dass man seine ganze For You Page resettet, ne? Ist das schwer einzustellen, Chat? Naja, man kann das Quasi das alles komplett resetten Aber ich weiß nicht Aber ich weiß nicht Das ist ein bisschen versteckt An irgendwo In den Einstellungen Randomize Was der fuck ist das? Was geht denn hier ab? Du musst die App gedrückt lassen Dann auf den Nein, so funktioniert das nicht Meine For You Page ist so unlustig Aber glaubt, das liegt einfach an TikTok Ja, meine momentan ist Richtig scheiße In Scope an Schöne, dass du dabei willst Eine Heldenring-Boss mit Demo ist die Sie ist ein Faultier Damien trifft Es ist jedes Mal das Gleiche, ne? So, Randomize ist fertig Ja, vielleicht beim nächsten Bei nächsten Kill guck ich mal Wie ich Meine For You Page resette Ähm, du musst dann Mohiro, du musst dann Eldenring halt offline spielen Du darfst halt nicht damit online gehen So wie ich gerade Ich hab's vergessen Ah, ich bin offline Okay, ne, ich bin offline Am besten einfach Steam komplett offline stellen Steam offline stellen Eldenring offline stellen Und dann passiert dir nichts Äh, hab ich gerade geladen? Ich wollte eigentlich Ich wollte eigentlich Neues machen Ne, das ist keine Strafe TikTok schauen Aber Wenn ich sterbe Ist es ja wie ein Roguelike Alles wird gerandomized Und das Randomisen dauert halt ein bisschen Ich könnte halt einfach sitzen Und den Bildschirm anschauen Oder wir gucken uns den Balken an Wie er sich füllt Beim Randomisen Ähm Junge Junge Wir können auch einfach währenddessen Ein paar TikToks schauen Also ich kann dir sagen Monkey die Potato Wenn du diesen Witz Alle 30 Sekunden postest Dann wird er nicht lustiger Also Wirklich Ui Was das denn Zwei Blumensträuße Und was ne hübsche Krone Okay Der gefällt mir Chat Der kann Den kann man nicht toppen Oder Oh der Cooler Zauberstab Oh der Das Ding ist geil Das Schwert ist richtig geil Mann Das ist richtig geil Oh das Ding ist eigentlich auch geil Aber wir gehen Wir gehen zu den Blumen Leute Wir machen die Blumen Okay Was haben wir hier Oh ne Larve Zum Reskillen Direkt mitnehmen Zählen diese zwei Dinger Chat Als Dagger Kennt jemand die Waffen Zählen die als Dagger Sind Keulen Okay Ja ja Nimm mir Golden Seed Oh Oh Das Popo einfach Das ist jetzt Poppy Okay Okay wenn ich Poppy spiele Dann müssen wir eine andere Mission jetzt machen Wir können jetzt nicht mehr nach Den vier großen Runen suchen Wir müssen jetzt nach Boing Kelle suchen Okay Bam Boom Bam Boom Bam 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 Boom 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 Oh yo Wie cool ist das denn Die Weapon hat das ja mega sick Das war bei Dashkin im Stream Ähm Da hat Ähm Ne das war nicht bei Dashkin im Stream Das war bei mir im Stream glaube ich oder Keine Ahnung bei wem Bei Dashkin oder bei mir im Stream Hat einer von uns beiden gesagt Dass er den Boy Boy In Kaled Töten muss Und sie hat dann gefragt Wer ist Boing Kelle Junge Seitdem einfach Einfach immer wieder lustig wenn ich daran denke Der fucking Boing Kelle Ich hab die Waffe auch noch nie gesehen Ich hab keine Ahnung wo die herkommt Das sind sehr schwere Blumensträuße Ja Getrocknet Okay Wir sind in Leindl Die Krone ist auch sick man Hey Grau es geht ab Badabababababab Budububububububububububububububububububub armas Das wird der Run! So, wo ist in Leyendell die nächste, am nächsten, die nächste Foggate? Wie komme ich am schnellsten zur nächsten Foggate? Oh, ein siebener Stein, viermal! Und? Ich habe keine Musik an, okay. Oh, geplatzt! Okay, jetzt pass auf, Webmarchat. Oh, nicht getroffen. Jo, okay. Die Keulen heilen mich sogar. Ach, die Webmarch meinst du, die heilt mich? Bloodtags. Blood Oath skill granted by the Lord of Blood. Twist to build power, then unleash a flurry of rust that rub the target of both their blood and their HP. Oh, stark! Guck, wie cool er runterkommt. Er macht ja gerade einfach den Roleplay-Walk. Aber ansonsten machen die Waffen echt nicht viel Schaden. Solange keine Blutung kommt, machen die halt null Damage. Die machen halt null Damage. Ich muss nur auf Blutung spielen. Ja, ich krieg dich! Ja! Ich krieg den nicht! Yo! Der Törn noch in der Luft. Geht es also bei Elden Ring um einen Feuerring, wenn ich das anhand des Namens verstehe? Genau. Es geht um den Feuerring. Also die Mission ist quasi, dass du die Prinzessin von Elden Ring heiraten willst. Also von Elden. Du willst die Prinzessin von Elden heiraten. Und dafür brauchst du halt den Ring. Und den Ring hat halt so ein böser Schurke bei sich. Und deshalb, ja, Elden Ring halt. Okay, jemand ist gestorben. Leindel explodiert. Oh, was? Ich mag Leindel nicht. Leindel aber auch echt kein guter Ort, um den Run anzufangen, oder? Weil das Ding ist ja komplett voll mit Gegnern. Starker. Versuch. Die Blutung donnert aber auch recht rein, ne? Noch mehr Siebenersteine. Ähm, bestimmt ist... Ah! Bestimmt ist unten... Irgendwo... ein Foggate. Hey! Wow, was? Wieso ist das Ding so lang? Juhu! Schnell weg! Holy shit! Wieso ist das Ding so lang? Oh, der Song ist banger. Aber die Waffe von der will ich haben. Das könnte funny werden. ... ... ... Tomo, 28 Monate. Dankeschön, Mann. Vielen, vielen Dank. Was haben wir hier? Ui. Raises Robustness. Okay. Bestimmt sehr wichtig. Das Game musst du auch noch spielen. Ultra Kill. Bestimmt irgendwann. Ich hab's auf meiner Wunschliste. Hier war ja ursprünglich so ein Ziegendämon-Boss. Jetzt ist hier so eine Schnecke. Okay, die hat eine Bleed-Resistenz. Die blutet nicht. Schade. Die Waffen machen halt null Damage, ne? Oh, was ist das denn? Ist das eine Big Axe? Jo. 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 Probieren wir mal aus. Boom. Boah. Was hat die für eine Weapon-Art? Oh. Jo. Okay, ich bin geboostet. Äh, die Musik ist von Ultra Kill. Keegan Church. Ähm, so. Ich heil' noch mal kurz. Ich heil' noch mal kurz. Assume an anchored stance or to brace for incoming attacks. Briefly boosting poise. Okay, damage taken while using the skill is reduced. Okay, cool. Was Defensives. Was Defensives. Ich mein' die Blumen waren cool. Boah, Alter, ist ne riesige Krabbe. Die Blumen waren cool. Der Bleed-Effekt war stark. Aber die sind halt leider ohne Bleed schon echt useless. Da ist so ne mächtige Axt auf jeden Fall schon mal nicht nur imposanter, sondern auch interessanter. Keine Liebe im Chat erlaubt. Ja. Kommt hier nicht, ähm, so ein Baum-Spirit-Chat normalerweise? Der kommt hier, ne? Okay, der ist durch eine Ameise ersetzt worden. Der kommt dann hier aus dem Boden raus. Oh. Troll-Night-Sword. Smilling-Stone. Smilling-Stone. Ist sogar noch besser als meins, Leute. Aus meiner Axt. Ne, Moment. Wieso ist die Axt dann wieder besser? Wieso war die grad besser? Also die hat halt Magic noch on top. Oh, der Song, Mann! Probier mal kurz. Oh, okay. Das ist ein Great-Sword. Ne, ich glaub, ich nehm mal Axt. Nee, der Buff macht ja nur Poise. Und nicht... Ach so, hab ich grade Duel-Wild genommen. Wahrscheinlich deswegen, ja. Ich hab mit beiden Heavy-Load. Moment. Moment, lass mal was weglegen. Okay, Mad-Load. Yeah! Ja, ich trau mich nicht runter. Ich glaub, wir bleiben oben, obwohl da ein Item ist. Aber es ist nicht golden. Wir müssen quasi nach goldenen Items suchen. Weil goldene Items können ja theoretisch dann Great Runes sein. Der drohtes Auge, der ist gefährlich. Ich hab ihn nicht getroffen, den anderen. Okay, es sind drei Gegner. Junge, der Song, Alter. Was ein Gerät, dieser Song. So, der Regie, spaßig oder voll mit Selbsthass? Ähm, ist, glaub ich, ein sehr schneller Skills-Shooter halt, ne? Sehr viel Movement. Und so. Ich glaub, so ein bisschen in Doom-Richtung. Äh, also die neueren Doom-Teile. Wenn ich... Also halt nur schneller. Das glaub ich... Glaub ich so Doom nur auf Crack. Auf Crack. Aber ich hab's selbst auch nicht gespielt. Aber es ist halt das, was ich so gesehen hatte. Wo ich denken würde, dass es vielleicht so ist. Ne? Aber ich hab keine Ahnung. Jo, das ist ein riesiges, schleimiges Ding. Devil May Cry und Doom gemischt. Okay, ich mach bei dem super wenig Damage. Ja, ich glaub, den lass ich stehen, Leute. Es geht halt da noch ne Leiter hoch. Ähm, ich glaub, ja, ich sollte die Leiter nehmen. Aber da sind halt noch Items hinten. Aber ich hab da Angst, da sind halt... Da sind halt Magier. Und dann so ne Bottich-Alde. Die die Magier gleich auch noch buffen wird oder so. Und da hinten, guck mal, da ist so ein goldener Ritter noch. Hab ich irgendwas zum Werfen? Das große Ding ist gerade am sterben. Wieso stirbt es? Was passiert mit dem großen Ding da hinten? Mit was kämpft es da? Mit was kämpft es da drin? Ach, das ist ne Giftblume. Oh, lol. Die kommt an die Giftblume nicht dran. Und die Giftblume macht die ganze Zeit so ne Wolke. Meine macht Rot, ja. Aber es war, glaub ich, kein Rot. Das ist eher die Blume. Na, die Pflanze steht da immer noch. Die Pflanze kommt jetzt raus. Ja, ich muss an sich nicht warten. Ich kann auch einfach rein und die Leiter hoch. Das Ding wird mich nicht töten können. Aber mein Struggle ist eher... Dippe ich in die Richtung auch rein? Gucke ich mich da auch noch um? Das ist gerade so mein Struggle. Ich kann mich nicht entscheiden. Decision Making, Liga und so, ne? Okay, lag. Weil oben ist ja, glaub ich, auch ne Grace sogar, ne? Das ist ja, glaub ich, auch ne? Ist da hinten ein Reiter, da hinten ist ein Reiter, ne? Was macht der scheiß Reiter da hinten? Ähm, das Ding jetzt war, äh, hier. Äh, Road 96, das ist der Song. Alabaster, Lord Sword. Junge, da ist ja noch ein Gegner hinten links. Hinter der Statue ist noch ein Gegner. Junge, er kommt mit Pferd. Er kommt einfach mit Pferd. Junge, oh Junge. Diese Axt. Hahaha, ja. Wer ist da hinten? Ach, Moment, die Statue ist der Gegner. Das ist so ein sitzender Gargoyle. Ich dachte, dahinter, dahinter steht jemand. Da ist auch noch ne Fingerpfote. Boah, Leute, ich glaub, ich mach das nicht. Ich wollte das Item mitnehmen, hab's nicht geschafft. Wow, Opfer. Geh doch hoch, geh doch hoch, geh doch hoch. Ich wollte wenigstens das Item mitnehmen, ne? Oh, da unten ist ne Kiste, Leute. Feigling. Ja, ich muss ein bisschen vorsichtiger spielen. Damit wir wenigstens etwas heute erreichen. Ich muss halt sehr vorsichtig spielen. Ein Level. Wow. Krieg ich noch ein Level? Ja, noch eins. Ja, noch eins. Ja. Ja. Nice. Homecall. Homecall heißt er. Aus der Song. Aus der Road 96. Jemand grunzt. Jemand grunzt mich an. Wer grunzt hier? Wer hat gegrunzt? Ach du Scheiße. Der steht aber echt ungemütlich. Okay, er klettert das Haus hoch. Okay, er fällt vielleicht runter. Ähm. Äh, er versucht's. Er gibt sein Bestes. Er gibt sein Bestes. Ja komm, Feini. Ja komm. Ja komm. Ja komm. Du schaffst es. Komm schon. Oh, hier steht ein Gegner. Hey, Pi-Pi-Bi-Pi-Bla-Bla-Bla-Bla-Bla-Bla-Bla-Bla-Bla-Bla-Bla-Bla. Pi Blalfa. Kein Dark Souls 2 Äh Dark Souls Meine ich generell Ich kann nicht durch Wände schlagen Was eine geile Axt Wir können auch noch unten in den Brunnen gehen Theoretisch Oh mein Gott Das ist so ein Fell-Omen-Ding, Alter Okay, der macht kaum damage Ja, mir geht es ja gerade nicht darum Dass ich unbedingt in den Knast da unten will Sondern Ich will ja hauptsächlich gerade zu einer Foggate Damit ich woanders vielleicht hinkomme Wo wir vielleicht eher eine Great Rune finden Ich meine Lindell ist schon eigentlich ganz gut Um Items zu suchen Weil hier gibt es halt schon sehr viele Items Oben ist halt easy gleich eine Foggate Die Kisse bei einem Oktopus Ja, ich weiß nicht Da muss ich einen Oktopus machen Dann muss ich ja den Oktopus machen Der ist schon gefährlich Okay, ich bekomme einen Jar-Shard einfach Das ist aber nicht das Ausrüstungs-Item Buu, 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 buu Grüße Alter, wir können reskillen Let's go Die fünf Level nochmal woanders hinpacken Oh mein Gott Welches Monster würde einen Jar töten Wie es aussieht, Escape Töten die sich selbst Katzen gehen schlafen Ich gehe mal kurz Balkon-Tür zumachen Genug auf Balkon gewesen Kinder So, okay Ich glaube, das reicht nicht mehr von Level ab 1200 brauche ich für den Level ab Okay Da war eine goldene Seed Und gefährliche Gegner Da war ja ursprünglich so ein Gargoyle Vielleicht ist der jetzt da gar nicht mehr da Also das heißt wahrscheinlich Also der ist hundertprozentig nicht da Gibt es hier noch irgendwas interessantes? Nur ein blaues Item Er ist kein goldenes Item Wir brauchen halt goldene Items, ne? Ach du Scheiße Nein, fucking Runenbär Ich bin okay Kann der raus? Welche Grafikkarte? Eine 1080 Mein Baby Okay, ich habe ein Siegel Der wollte einfach irgendeine Scheiße kasten Er hat es geschafft zu kasten Oh, ich bin gestaggert Ich hatte keine Ausdauer Ach, Moment Ich dachte vorhin, ich habe ihm super viel Schaden gemacht Habe ich gar nicht Das war die Snagge Der Snagge habe ich super viel Schaden gemacht Die mache ich ja gar kein Damage Ach, der hat sich geheilt Ach so, okay Dann mache ich ihm doch Damage, ne? Backstab Scarlet Rod macht seinen Job 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 Wir können halt auch noch da überall runter, ne? Da können vielleicht auch goldene Items sein Und da waren ja an sich, glaube ich, auch nicht so viele Gegner, ne? Da unten, oder? The Little Pit Willkommen Was geht ab? Freue mich, dass du hier bist Goldene Seed bleibt Goldene Seed Ja, ich überlege gerade Ob wir jetzt zur nächsten Foggate gehen Die ist ja da oben schon Und dann werden wir ganz woanders hin geportet Oder ob ich erstmal runtergehe Ich glaube, runtergehen wäre erstmal smarter, oder? Weil das sind halt super viele Items Junge, was ist da unten für ein Zirkus? Das sind halt super viele Items Und vielleicht finden wir dort irgendwie eine große Rune Und ich hasse ich ja Revanche Revanche Au 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 Diese Axt Die wurde mir persönlich von den Göttern geschenkt Das ist eine Arbeitsmucke Hotline Miami Moment, du bist ein fucking Auftragskiller? Здравствуйте Привет Как дела у вас? Was? Kein Treffer Ähm 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 Leute Na gut Wird wohl nicht so wichtig sein, ne? Oh Ein Bug Hier ist eine Dingens Da konnte man rein, Chad? Da konnte man rein? War das Ding nicht immer zu? Das ist das Kolosseum Das ist die Online-PVP-Arena Die ist schon da? Die ist echt schon echt? Ich dachte, die kommt jetzt mit dem DLC Weil da irgendwie ist im DLC-Trailer Konnte man ja so sehen So irgendwie 3 gegen 3 kämpfen oder so Ich dachte Das kommt erst mit dem DLC Gab's in der Richtung noch irgendwas Interessantes An Items? Das gibt es schon Aber wieso haben sie das im DLC-Trailer dann gezeigt? Das ist eine neue Map, okay Eine neue PvP-Map Ja, lass unten in den Roundtable-Clone-Fake reinjumpen Dann nochmal kurz Alles weglooten Vielleicht mit etwas Glück Finden wir dort eine goldene Rune Äh, eine Great Rune Weil ich glaub, hier unten gab's auch nicht wirklich viele Gegner oder so Oh, Neumens-Rune Der fucking Grizzly-Bär Wie er da fucking in der Sackgasse steht Und präsentiert einfach sein Arschloch Oh, ist eine Falle Ist eine Falle Auf die falle ich nicht rein Ja, die Neumens-Rune wird mir sehr viele Power-Ups geben Äh, Level-Ups Die ist gut Die ist nicey, nicey Oh, Wolfi Oh, die Axt ist einfach so geil, ey Die scheppert so richtig geil, Mann Kannst du eigentlich alle Waffen automatisch tragen? Ja Ich hab das so eingestellt, dass ich alles, was ich finde, direkt benutzen kann Quasi halt wie auch in einem Roguelike, ne? Und wenn du ja ein Item findest, musst du ja nicht irgendwie erstmal Stats leveln Sondern kannst es halt benutzen, ne? Dementsprechend kann ich halt super viel Glück haben und irgendeinen krassen Spell finden oder so Und dann mit einem Zauberstab Den ich den auch finde Ähm Ziemlich krass Anfangs dominieren Oder halt ne dicke, fette Axt Okay Okay Da ist jemand explodiert Ja, da drinnen in diesem komischen Garten, da war's ein bisschen gefährlicher, ne? Da waren einige Gegner drin, oder? Zieh die Bandagen an Und jetzt? Haben die irgendeinen Effekt? Okay Habe ich, habe ich Jetzt? Haben die so einen hidden Effekt und ich explodier gleich? Die sehen cool aus, achso Ich dachte, ich explodier gleich oder so Einfach explodieren Äh Ich weiß auch gar nicht mehr, wie man da reinkam Wahrscheinlich durch den Roundtable, ne? Rule of cool Wäre ein bisschen lustig Wäre vielleicht ein bisschen lustig, aber auch ziemlich traurig Aber traurige Dinge sind immer lustig, oder? So Was gibt's hier? Ein Ei Genauso wie weiende Menschen Ich weiß halt gar nicht, vielleicht Können theoretisch Ne, aber ich meine Vielleicht können theoretisch nur große Runen nur von Bossen gedroppt werden Aber ich meine nicht Ich meine, die können auch theoretisch Irgendwo hier einfach rumliegen Aber ich glaube, ich konnte mir Hints holen Äh, bei so Wenn wir so einen Verkäufer finden Ich glaube, bei so Verkäufern kann ich mir Tipps holen Wenn wir einen Verkäufer finden Den Leihendill gibt's, gab's keinen, ne? Wenn ich so einen Verkäufer finde Die haben ja theoretisch immer so Tipps gehabt Für irgendwelche Secrets Bei denen man kaufen konnte Und hier bei der Randomizer-Mod Kannst du Tipps dir kaufen, wo die großen Runen sind Die nackten Füße auf dem Boden Glitsch, 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 glitsch Na, wir gehen mal zu Grace Und schauen mal, was es dort Äh, zu Grace Zum Roundtable Und schauen, was es dort so zum Kaufen gibt Bei der Lady Ähm Und dann gehen wir gleich zu der Foggate oben bei Godfrey, ne? Wie viel habe ich? Ui, 21.000 Schmeckt Schmeckt Hier ist eine Nebelwand Hat der irgendwas verkauft eigentlich? Der hat nichts verkauft, oder? Ach, ist da jetzt nur Nebelwand Nur wegen dem Invade Oh, hier ist der Shop Oh, ein Einserstein Für unsere Axt, Leute Also die Axt ist doch ne Sombosmithing-Waffe, oder? Weil sie sieht so aus, halt, wie einer Die Axt ist mit normalen Äh, Schmerzen In meinem ganzen Körper Autschi Aber wir haben Hier auf jeden Fall Steine Roman Roy's Brother Ist der cool? Crafting Kitty Können wir auch noch mitnehmen Goodbye Goodbye Wenn ich mich in ihre Arme lege Gibt sie mir theoretisch was anderes? Als diese Rune Nee, Moment Aber wenn sie mir eine andere Rune gibt Dann kann ich ja theoretisch meine Krankheit dann gar nicht Nee, nee Wir versuchen es nicht Nicht, dass ich gleich einen Debuff bekomme Und dann werde ich diesen Debuff gar nicht mehr los Nee, 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 nee Nee, 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 nee Schicker Helm, Freak 4.000 für einen Samen Da ist so ein Tipp, den holen wir uns Hier ist ein Viererstein Für später vielleicht Und der Rest ist, glaube ich, uninteressant Was ist das hier? Die Flaschen kannst du kaufen Ja, da brauche ich aber erst eine Füllung Wenn wir eine Füllung haben Können wir theoretisch zurückkommen und holen Trying to learn German Watching German streams The only German thing you need to know ist Gott schütze den Kaiser Listen in repeat Gott schütze den Kaiser Gott schütze den Kaiser Wir machen wieder ein bisschen Leben Okay, äh, ja Lass zu Fockgate gehen, ne Konnte ich da jetzt nicht was drauflegen, Leute? Ah, hier, so Okay Jetzt habe ich hier so ein Lämpchen Wobei das Lämpchen gar nicht so wichtig ist Weil ich ja so eine coole, leuchtende Krone habe, ne Das ist hier Skip Und rein in die Futter-Luke Das ist auch sehr wichtig Wie lange hast du vor, zu streamen? Äh, ich bin noch ein bisschen hier Also kannst du dir ruhig eine geile Pizza bestellen Gönn dir Heute ist dein Tag Ich erlaube dir Ich erlaube dir heute zu bestellen Angela Merkel ist Kaiser Angela Merkel Jetzt nur nicht unterwegs Pech haben mit irgendwelchen komischen Gegner-Spawns Dass ich auch lebendig oben ankomme Juhu, wer bist du denn? Äh, da ist etwas sehr Großes und Gefährliches Uuuh Ich kann schießen. Ist schon unfair von der, oder? Dass die schießt. Dieser große Hund macht mir ein bisschen Angst. Aber nur ein bisschen. Boom. Ja, ich lass mal den Doggo da einfach stehen. Okay, Chat? Wir müssen ja nicht jeden töten, okay? Ah, als ob da eine große Hand ist. Wisst ihr was, Chat? Ich renne durch. Das ist mir hier ein bisschen zu spicy. Das ist mir ein bisschen hier zu spicy zu kämpfen. Also bei kleinen Gegnern hier geht klar, aber so große Gegner, die mit ihrer Hitbox dich irgendwie wegschieben können oder so, an einem Ort, wo man easy runterfallen kann und sterben kann. Das lassen wir lieber. Das lassen wir lieber, okay? Die kam vom Wolf runter? Ja, weil ich die gestaggert habe, ne? Oh Leute, zum Glück haben wir eine Lampe gekauft. Jetzt kommen wir in Dungeon. Ich hab sie halt gestaggert. Sie ist runtergefallen, wie so bei Pferden. Pferdereitern. Aber wie es aussieht, sie bleibt dann wohl unten, ohne wieder aufzusteigen. Pferdereiter steigen ja direkt dann wieder auf, aber bei ihr? Bitte keinen Bullshit-Boss. Ja, erstmal müssen wir überhaupt einen Boss finden. Vielleicht werden wir im ganzen Run gar keinen einzigen Boss sehen. Außer den Endboss. Den müssen wir natürlich finden. Weil dann ist das hier zu Ende. Oh, ist das hier so ein Bossraum, der ohne Nebelwand kommt? Nee, ne? Wann kommen eigentlich mal Bosse? Ja, wenn wir Glück haben oder Pech haben, die man sehen kann, ne? Wenn ich halt durch eine Nebelwand laufe und ich lande in einem Bossraum, dann kommen Bosse. Wenn ich in einem anderen Dungeon lande, dann halt nicht, ne? Wer atmet da so laut? Und hab ich dich grad nicht getötet? Ist der einfach respawnt? Ist das dieser Dungeon in Dingens, Leute? Ach so, der atmet da. Äh. Äh. Ist das, wo ich grad sagen, ist das nicht dieser Dungeon, wo so ein Riese unten als Boss ist? Ah! Ich seh halt nichts, ne? Er ist gestaggert. Was passiert jetzt mit ihm? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, ich wollte eigentlich nur gucken, was passiert, wenn er gestaggert wird. Ich denke, wir können weitergehen. Mehr wollte ich nicht. Da ist irgendwas noch kleines. Das ist nur so ein Tentakel-Vieh. Axe Shepard. Äh, by the way, stimmt. Ich wollte noch den Tipp schauen, den ich gefunden habe, ne? Ich hab doch einen Tipp gefunden. Oh, ich hab noch einen Samen. Ähm. Wo sind die Tipps? There is a hidden cave in the town of Slyre. Look behind the beyond the graveyard. Ne, das ist doch nur Normal-Chat, oder? Das ist doch das normale Item, oder? Das ist der normale Tipp. Ja, das ist Vanilla, okay. Vielleicht hab ich doch nicht in der Mod eingestellt, dass es Tipps gibt zu kaufen. Aber ich mein schon. Ich hab mir das, äh, alles so gemacht, eigentlich, dass ich garantiert irgendwie vorankomme. Ist Schoko! Was ist das hier? Hä? Leute! Hä? Ist das hier ein Evergoal? Hä? Wieso ist das gerandomized? Wo die Evergoals sind? Hä? Äh, komm ich hier wieder hoch? Ich glaub, ich komm mal nicht wieder hoch, oder, Chad? Deshalb check ich mal ab, erstmal, was da ist. Aber wie funktionieren die? Funktionieren die auch wie Random Warps? Oder wie richtiger Evergoal? Oh, ein Bosskampf. Wir brauchen eine Bossmusik. Ja, okay. Das ist bosshaft. ein Bosskampf. Oh Gott. Let's call it rot. Oh, Banished Knight, Oleg. Oleg McBolek ist am Start, Alter. Oleg, meine Eier. Vielleicht sind diese Evergoals in den Dungeons platziert, damit man halt garantiert Bosse hat. Oh, okay. Ja, den hab ich zerstört. Aber ist auch der erste Boss. Wie gesagt, das ist ja auch so gebalanced, dass Early-Bosse, Early-Gegner natürlich schwächer sind als spätere. Skalett-Rotier. Das ist eine Skalett-Rot-Pflanze. Gleich Millenia, let's go. Ich glaube auch, wenn Millenia jetzt Early kommt, und ich ihr dann dementsprechend noch viel mehr Schaden mache, ihr Moves wird es halt trotzdem schwierig. ne? Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Oh, da ist ja noch einer. Er bufft sich, Versager. Ihr Waterflow-Dance killt dich immer. Ist das so? So, jetzt wird's ein bisschen gefährlich hier, weil jetzt kommt hier so Stellen, wo man easy runterfallen kann. Und dann kommt hier so ein riesiger Gegner. Den ignorieren wir gekonnt. Der Trompeten, Mann! Ne, ich denke, wir müssen den nicht runterschubsen. Oh, der explodiert oder so. Boah, das wäre cool, wenn wir heute noch einen Run bekommen mit Trompete. Trompete ist echt stark. Ein Dreier-Somber-Smithing-Stone. Einen Einser kann ich kaufen. Boah, Junge. Wenn ich ne Somba-Waffe, ne gute Somba-Waffe finde. Und dann noch einen Zweier-Stein. Dann kann ich direkt auf 5 schon upgraden. Das wäre übel strong, ne? Ich fühle mich jetzt entschlossen bei dem Song, ja. Chat, wo geht's hier lang? Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Der Typ da oben. Grüße. Chat, wie komm ich hier weiter? Ist das hier so ein Leap of Faith? Sind die Blumen nicht so eine Somba-Waffe? Ja, aber die sind halt ultra-weak. Ich denke, ich will die nicht spielen. Nein, aber wie komm ich denn weiter? Hä, wo komm ich denn hier weiter? Leute. Ich komm nicht mehr zurück. Ich komm nicht mehr vorwärts. Doch, ich muss doch da rüberspringen, oder? Da komm ich doch niemals rüber, oder? Da komm ich nicht rüber, oder? Ausziehen und dann Big Jump. Das ist wohl Popos Ende. Ja, das wäre ja mega mies. Ey, das wäre jetzt echt traurig, wenn ich jetzt sterbe, ne? Du kannst an der Seite einfach runterfallen, aber da ist seitlich nichts. Oh nein! Ich lebe! Ich lebe! Ich lebe! Ich lebe! So, komm man da runter. Oh mein Gott! Ich dachte, ich rutschte ab. Diese Höhle gefällt mir hier gar nicht. Oh mein Gott, war das alles gruselig. War das alles gruselig! Oh! Okay, Bosskampf. Oh, nicht der, Leute! Oh no! Oh no! Ich habe hier nicht gescalet rottet. Ja, okay! Oh! Oh! Oh mein Gott, dieser Sprung ist so ekelhaft. Oh mein Gott! Er stärkert mich aber auch so in Sehen! Nein! Ja, diese Gegner, im Vanilla mache ich die Gegner immer mit dicken Schildern. Aber ich habe kein dickes Schild. Das hier, das staggert! Diese Schläge staggern alle! Das hier staggert alles! Du bist dann kurz... ...gestunnt! The fuck! Ja, ist doch okay! Nee! Ist der immun gegen Scarlet Rod? Ey, der wird auch nicht gestaggert, ne? Die dumme Ficksau! Wird nicht gestaggert! Ach so, ja, mit dem großen Heal-Zauber. Na warte, ich hole kurz den großen Heal-Zauber. Dann kann ich den easy killen. Junge, diese Stagger. Ah, jetzt wird er. Okay, ich konnte ihn nicht reposten. Er trotzt wie eine Legende. Fick dich doch! Fick dich doch einfach! So fett weg! Aber er hat noch... Er hat noch Scarlet Rod bekommen! Okay, letzter try! Der Boss ist wirklich am Smurfen, halt wirklich! Ja, komm, scheiß drauf! Vielleicht einfach, wenn er im nächsten Run wiederkommt, einfach wieder gehen! Wieso kann ich denn nicht reposten? Wieso kann ich denn nicht reposten? Boah, ist der crazy! Boah, ist der crazy! Boah, ist der crazy! Erhalte vier! Ja, beim nächsten Mal vielleicht einfach weglaufen! Einfach weglaufen! Drei Striche auf dem Handy ist das nicht... Geht das am PC auch? Oder geht das nur am Handy? Wo ist mein Handy? Und Hi! Die drei Striche... Dann Einstellungen und Datenschutz... Inhaltspräferenzen... Aktualisiere dein Feed... Du brauchst einen Neuanfang! Oh, stark! Ja, aktualisieren! Wähle mindestens einen Grund aus... Irrelevante Inhalte... Irreführende Inhalte... Sich wiederholende Inhalte... Inhalte, die triggern... Verstörende Inhalte... Nutzloser Inhalt... So... Abschicken! Und jetzt... Bin ich resettet! Oder? Wenn ich jetzt neu lade... Wieso bin ich noch im Game? Ich hab doch alte 4 gedrückt! Hä? 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 Wieso bin ich noch im Game? Ich kann auch nichts mehr drücken! Hä? Hä? Also da unten in der Leiste... Bei mir ist auch gar kein Elden Ring... mehr zu sehen! Ich hab in meiner Leiste auch kein Elden Ring... zu sehen! Äh... Task beenden, I guess? Okay... So... Jetzt nochmal... Rerolled Seat... Randomized... Okay... Jetzt muss ja irgendwas komplett... Komplett Neues kommen, oder? Hä? Oh... Shoot! My boat! Hey! Friede, Glück! Das will ich haben! Das sind wirklich neue Dinge, die ich nicht kenne! Das hat funktioniert, Leute! Den kenn ich! Der ist ein krasser Beatboxer, Mann! Der ist richtig insane! The song I used all the time... Machst du dir Sorgen? Jetzt muss ich nur, jetzt muss ich meinen Algorithmus füttern, Chat. Jetzt nur lustige Sachen anschauen, okay? Jetzt nur lustige Sachen anschauen. Reroad Seat. Und die liken. Die lustigen Sachen liken, okay? Das ist nicht lustig, hat eine Million Likes. Bing bang bang, bing bang bang, bing bang bang bo. Bing bang bang, bing bang bang, bing bang bang bo. Banger Opening. Oh, you know those TikToks where it's like those couples who do breaks on each other? Can you kill those people? Okay. Adam Driver, was ist denn mit dir los? Okay. Okay. Adam Driver macht einfach ernst. Ich glaube, der Junge macht keine Couples auf TikTok. Wer ist Adam Driver? Ein Schauspieler. Ist der mit dem Mi, mit dem Guzup? Guzup. Der Kylo Ren von Star Wars halt. Okay, 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 okay. Neuer Run. Wir sind zwei Stunden schon ungefähr drin. Ich habe noch nichts erreicht. Klassische Challenge-Erfahrung hier in meinen Streams. Ich habe keine Ahnung, was die Scheiße ist. Der hat aber noch irgendein cooles Schwert. Doppelsichel. Irgendein langweiliger Dolch, Alter. Was ist das? Einfach so ein Stück Knochen oder so. Ein Zauberstab und ich glaube, das Schwert ist cool. Eine helle Bade. Ein Container. Junge, einfach 3D. Das Ding kommt gerade aus dem Bildschirm raus. Oh, die Gabel vielleicht, Chat. Ist die Gabel cool? Oder it's bonking time. It's bonking time, Chat. Oh, da ist das Radogons Ding da. Was ist das denn? Blasphemous Claw. Dolorus, the Sleeping Arrow Puppet. Der Talisman war, glaube ich, für FP. Er hat nur einen Golden Seed. Der Dolch macht so einen Glintstone-Zauber. Aber schwächer als ein richtiger Spell. Okay. Was hat er für ... Ui, interessant. D-Stärke, D-Dex. Aber er hat einen Spell? Wieso hat er einen Spell? Ich dachte, das ist jetzt eine Int-Waffe. Ich hätte jetzt gedacht, das ist eine Int-Waffe. Okay. Ja, das ist eine Quality-Waffe. Ja, die müssen wir vielleicht wechseln. Gleich im Laufe des Runs, wenn ich was finde. Der Skill is big. Je besser deine Waffe verbessert ist, umso besser. Okay. Also, der skaliert mit keinen Stats. Was ist das? Sagen. Hier schon wieder. Bunk! 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 Äh, nee, das ist dieses Lisa-Game. Was hab ich da grad für'n Zettel bekommen? Ist das so'n Hint? Bunk! 1100 Damage circa auf plus 10, okay. Die Waffe braucht viel mies aus. Da ist halt so'ne Riesenkeule, ne? Ja, wir waren hier vorhin auch schon drin. Hat der Randomizer vielleicht nicht funktioniert, Chat? War das genau im selben, im vorigen Run? Oder war das noch der Run davor? Nee, das ist nicht nur irgendeine Katakombe. Mal. Als ob. Ciao. Er ist weg. Ja, ist wie beim Roguelike. Wenn ich sterbe, muss ich von Drei fangen. Dann ist der Charakter weg. Junge, Junge, die Keule. Zwar nicht so geil wie die Axt, aber die scheppert auch gut rein. Der ist doch ein Gegner gewesen. Setsch. Einfach Mini-Malik-Heff. Oh, wo ist der Damage? Holy mackerel, roadies. Boah. Twinblade-Talisman. Final Hit of Chain Attacks. Ja, bestimmt. Damit mache ich richtig sicke Kombos. Hose. Ricky darf eine Hose tragen. Sorry. Der Naustau reicht nicht mal für einen finalen Hit. Vielleicht eher eins kommen. Vielleicht weniger springen und dann Funktioniert das? Moment, wo kommt meine Ausdauer jetzt her? Wieso habe ich so viel Ausdauer? Hatte ich schon die ganze Zeit so viel Ausdauer? Okay. Ja, aber reicht. Damit Twinblades funktionieren. Äh, Twinblade-Talisman. Hat gereicht. Ja. Äh, excuse me. Äh, Lose-Watt-equipped-randomizer nicht smarter, weil du dann nicht immer re-rollen musst oder willst du immer den Reset für den Road-Lag-Effekt? Ja, klar. Das ist ja der Sinn. Wenn ich jetzt nicht mehr neu randomize, dann ist ja der große Road-Lag-Effekt einfach weg. Dann spiele ich einfach nur Elden Ring in der Challenge, wo ich einfach alle Heitungs wegwerfe, wenn ich sterbe. Das wäre dann quasi eine komplett andere Challenge. Ja, das wäre eine Elden Ring-Nuzlock. Ja. Und nicht die Pokémon werden genuzlockt, sondern... Sondern meine Waffen. Also ich brauche langsam aber sicher eine Side of Grace. Also... Ich habe keine Heilung mehr. Ich habe nicht getroffen. So ein dickes Gerät und ich triff nicht. Und Schillkröte. Dankeschön für den Zapp. Ich hasse den hier. Er wird was. Die Quallen sind komische Gegner. Ich finde die cool. Ich mag die Quallen. Ich bin wieder hier. Okay. Bei dem Feuerspucker. Dann gehen wir diesmal hier lang. Okay. Kurz Time Freeze. Die war schnell. Ich muss die Gegner, glaube ich, langsam ignorieren. Hier habe ich angefangen. Da ist die Statue wieder. Ansonsten, was wir noch machen können. Wir könnten... Ähm... Mach du Scheiße. Da ist irgendwas Großes. Oh, da ist so eine Maiden. Das ist so ein Legacy-Ding. Äh... Oh... Oh... Wir können nochmal kurz zurück. Hier auftanken. So, dann schnell Level up. Und nochmal rein, ne? Hat das überhaupt eine Grace? Aber das ist bei der Motte egal. Weil du kannst dich mit... Ähm... Mit einem Item immer direkt zum Anfang porten. Und... Ich war ja gerade nur bei der ersten Nebelwand. Hey, Hurge-Hurge-Hurge-Hurge. Was geht ab? Du hast halt immer das Glöckchen, dass wenn irgendwas schief geht oder so, du dich irgendwo fest... Fest... Irgendwo fest... Äh... Wenn du irgendwo stuck bist oder so. Und... Dann kommt Oni-Chan mit der Glocke. Und hilft dir, während du stuck bist. So, das heißt, theoretisch muss ich ja jetzt einfach nur... Hier hoch. Hier hoch. Okay, wir gehen nicht da hoch. Wir töten erst, bevor wir hochgehen. Der hat mich gesehen. Ach, die Leiter funktioniert von der Seite gar nicht. Ah. Auassi! Oh! Matt, schon wieder von der Seite. Dicker Damage. Dicker Dödel-Damage. D-D-D. Äh... Dicker... Dicker dreister Damage. Ähm... Desaströser dicker Damage. Björn, danke schön für zwei Monate. Ähm... Deeskalierender... Dick-Damage. Okay. Ach so, jetzt bleibt die aktiviert. Stimmt. Und dann hier hoch, ne? Wo solltet ihr nicht hier jetzt was anderes sein? Ähm... Sollt jetzt nicht der Raum sein mit der Maiden? Ja, hier. Okay. Kennt jemand noch den Legacy-Dungeon-Chat? Wie der hier funktioniert? Was der Weg hier war? Das war ja so dieser Hokus-Pokus-Dungeon. Ich hab ihn schon mehrmals gemacht, aber jedes Mal... ...vergesse ich, wie der funktioniert. Deskalierender Dick-Damage. Genau. Genau. Okay. Hier ist es. Dann war ich eigentlich direkt schon... Eigentlich schon direkt schon am... Äh... Äh... Schon richtig. Aber bin halt komplett in die falsche Richtung gelaufen, ne? Ich bin ja quasi schon einfach richtig gespawnt zum Ende des Dungeons, ne? Ob Frank Rosin sowas mal in der Show sagen würde? Was dicker... ...deeskalierender Dick-Damage? Ich denke nicht. So! Wo kommen wir raus? Wo geht's hin? Wir waren schon heute im Vulcan Manor. Nur von der anderen Seite. Diesmal von Wanderers. Wer ist denn der, Leute? Das ist einfach ein riesiger Troll mit nem Schwert. Ähm... Ah, hier war das hier. Ja, da gibt's auf jeden Fall Items zu holen. Oder wir können halt hoch zu Rykat. Zu Rykat, zur Nebelwand. Die, da muss ich halt nur ein bisschen Glück haben beim Durchlaufen. Weil ich werd da nicht kämpfen in dem gefährlichen Raum. Den falschen. Äh... Hab ich grad nen NPC getötet? Oder wer redet da gerade? Junge, guck durch den Chat da unten an. Guck mal, ich sag mal. Ist das auch schon mal? Ich sag mal, ich hab mal den Spaß gemacht. Aber eh... Ich sag mal, der muss nicht ergeben. Acht. Und dann... Shit, wer redet hier? Da ist ein Merchant! Hä, gab's denn den Vanilla hier auch? Gab's den Vanilla in den Shop? Nee, oder? Ich hab den nie gefunden, wenn's den hier wirklich gab. Schubst den Hesel. Äh, ja, leider hat er nichts so Interessantes. Also ja, die Smithing Stones sind ganz nett. Hier, das Talisman-Ding ist sehr stark, ne? Wenn wir Talismänner bekommen. Wenn wir Talismänner bekommen. Ich nehm's mal mit. Ah, wie neilig ist. Die geilen Männer. Okay. Der hat noch einen Zauberslot zum Verkaufen. Und auf jeden Fall Einsersteine. Ja, das Pferdchen kommt wohl von hier. Hier sind die hergeritten. Der Typ, Alter. Einfach Endboss. Ne, der Trash ist ja nicht der Händler. Das war eigentlich ganz gut. Bin den Weg so oft gelaufen, weil ich Rycard ohne den Speer machen wollte. Aber wieso so oft den Weg gelaufen? Da ist doch Marikas Statue bei Rycard. In dem Run hab ich keine Lanterne gekauft, ne? Guter Treffer. Erinnere ich mich an keine Statue. Du bist lost. Ja, da ist sogar ne Grace. Da ist ja nicht nur ne Statue. Da ist ja ne Grace eigentlich. Stimmt. For Rycard ist ne Grace. Was hast du gemacht? Ja, in die Richtung, wenn wir jetzt weitergehen, dann... Oh mein Gott. Dann komm ich ja beim Ding jetzt raus, ne? Beim Godskin. Okay. Beim Godskin-Boy. Bei seiner Nebeltür. Und ich glaub, da gab's sonst keine Items. Wenn, dann vielleicht gibt's hier... Items. Hasse Elden Ring so sehr. Weil... Digga, da ist ne Grace. Du spawnst vor der Grace. Benutzt sie nicht. Und dann... Ich hasse Elden Ring. Ja, hier. Ja, testen wir mal das aus hier. Wo komm ich hier raus? So oder so, Bazed. Ihr mit eurem Elden Ring-Hate. Elden Ring ist so ein geiles Game, man. Sjofra Aqueduct. Äh... Doppelgargoyles? Ui. Skorpionscharme. Da wäre ne Nebelwand. Hier ist sogar ne Grace. Ja. Ja, wenn Dark Souls 1 der Maßstab ist, dann sind alle Games Trash. Okay. Da geh ich mit. Dann sind alle Games Trash. Ähnlich sagt er es. Wow 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 Wo kamen die alle her? Waren die an der Decke? Ach, die kommen da raus. Unterm Wasserfall. Da ist ein Gang. Was macht die? Was macht die alte Frau da? Oh nein. Die hat irgend so einen Dornenring beschworen. Die verrückte Oma. Was wollte ich schauen? Ach ja, war das eine Waffe, die ich bekommen habe? Ja. Die hat Magic Damage. Probier mal kurz. Wie funktioniert so die Waffe? Wie viel Damage macht die so? Schmeckt die? Schmeckt, schmeckt, schmeckt er die? Ja, ist so, ist gut, ist gut. Ist halt kein Bonk, ne? Ist halt kein Bonky Bonk. Aber ist gut. Ist halt ein bisschen schneller, wa? Ein Einser Stein. Uh, Leute, das ist stark. Wir können Waffe upgraden. Lass das schnell machen. Die Weapon Art macht viel Poise Damage. Wenn das nicht genervt wurde. Hm. Ähm. Buh, 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 buh. Ja, ich gehe gleich noch weiter dahin, äh, Kunden. Und Zweier habe ich noch nicht, ne? Zweier konnten wir auch noch nicht kaufen, ne? Das müsste das hier sein? Ja. Jo, ciao, Paul. Boah, FF7, Rebirth, hat auch so gute Musik, ey. Ne, falsch. Hat auch so gute Musik, Mann. Ach ja, das ist im Untergrund. Die Musik ist so insane, ey. Jeder Song ist so gut. Mit so vielen kleinen Details noch im Song versteckt. Was heißt versteckt? Aber mit vielen kleinen Details noch. Richtig viel Fanservice in den ganzen Songs. Richtig gut. Ja, da bleibt der, Paul. Für ein bisschen FF7-Hate, da bleibt er. So. War da gerade ne Kuh? Ach, das ist nur der Turte. Ich dachte, da ist ne Kuh einfach hinten. Ach, scheiße, der belebt sich ja wieder schon. Einfach so ne Kuh hier. Mitten im Dungeon. Ja. Ja. Tanky. Das waren sehr viele Runen. Nice. Die können wir zum Leveln benutzen. Das ist Super Mario RPG. Das ist der Forest Maze. Das, was jetzt vor kurzem geremaked wurde. Oh. 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 Das ist ja gar keine... Ich dachte, das war ne Holy-Waffe. Okay. Weil ich hab ne Holy-Skorpion. Skorpion. Ich dachte, das wird dann geil. Aber die ist gar keine Holy-Waffe. Ist die jetzt Holy-Waffe. Ist sie jetzt Holy-Waffe? Jetzt ist sie Holy-Chat. Jetzt mit dem Skorpion? Bringt das was? Mit Skorpion bekriege ich aber, glaube ich, auch mehr Damage, ne? It's not bad, ne? It's not bad. Ein Heal. Ja, ich muss halt immer buffen. It's not bad. I have not bad. Man hat das Feuer gar nicht gesehen von ihm. Man sieht das Feuer nicht von ihm. Loll? Loll? Man sieht sein Feuer nicht. Ui, Leute. Ich bin der neue Let me solo her. Ich bin nicht Let me solo her. Mein Name ist Let me make your tribe Werser. Werser einfach. Xenus Mage, es geht ab. Let her solo me. Ja, ich denke mal, wir setzen uns kurz hin. Und dann Jaller Abfahrt durch die Nebelwand, ne? Werser, ja. Sagt nie wieder Jaller, wieso? Okay. Wo kommen wir raus? Wo kommen wir raus? Boss? Oder Dungeon? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Aber wieso bin ich in der Open World? Eigentlich sollte ich nicht in der Open World landen. Aber ja, wahrscheinlich gab es hier keine Nebelwand, ne? Für das Gebäude. Den Shrimp kaufen, wieso? Physical Damage Negation for a time. Hm? Komm ich damit auf 2K? Für den Samen? Ja. Komm ich. Ja, ich weiß nicht. Wollen wir da rein? Oh, dann glaub ich mir lieber zu Rykert. Oh, hier ist noch ein Einser Stein. Will man das Shitcastle? Ja, nicht unbedingt, ne? Ja, da gibt es ein paar Items. Wir können halt noch Richtung Rykert laufen. Und dort die Grace nehmen. Äh, die Grace. Und dann muss ich die Nebelwand nehmen. Hab jetzt nicht gecheckt, wie du da hingekommen bist. Äh, durch ne Nebelwand. Ich hab ne Mod, dass alle Nebelwände gerandomized sind. Wir können ja schauen, was bei Rykert ist. Gecheatet! Wenn ich den Weg überlebe. Ja, easy. Das war ja nicht mal Ansatz, im Ansatz gefährlich. Guck mal, Rikki, guck mal, Rikki. Ach ne, die war dazwischen, ne? Die war, ne, ich bin ganz woanders rausgekommen. Ich bin ganz woanders rausgekommen. Ne, ne, das ist die nicht Rykert. Hä, wie kann man denn die Grace übersehen, Rikki? Ich bin so verwirrt. Wie läuft der Run? Ähm, ist funny. Aber, ich mach leider bisher kein Progress und bin jetzt in so einer Scheißhöhle gelandet. Boah, ich weiß nicht, das ist ja wirklich, beide Richtungen sind richtig scheiße, oder? Boah. Das ist ja beides richtig kacke. Ja, typische Runs hier bei mir im Stream. Ist schon an sich ganz funny, aber imagine das erreichen. Let's go! Let's go! Let me solo everything, Digga! Er hat mir einen Samen gegeben! Ui! Ne, das ist Glove World Pick. Okay, ich dachte, das ist ne Bell Bearing Bell Bell. Let me solo your mom. Ach so, okay. Ja, es ist, auch wenn ich immer verkacke, ist es trotzdem immer lustig, weil man kommt immer irgendwo anders raus und man hat jedes Mal einen anderen Run an Items. Ne, es gibt ein Ziel, das Spiel durchzuspielen. Und dafür muss ich vier Runen finden und den Weg zum Endboss finden. Vor allem, als ich das getestet habe und alles so geplant hatte, hatte ich überlegt, dass man alle großen Runen haben muss, um zum Endboss zu kommen. Und jetzt denke ich mir, vier ist schon echt viel. Vier ist schon echt viel. Ja, ich dachte... Oh, 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 oh! Nein! Es ist keine Great Rune. Oh! Boah! Schade! Ähm, ich dachte mir halt, ja, überall liegen ja Items rum und überall kann ja theoretisch ne Great Rune sein und dann kann es ja so aussehen, dass ich theoretisch nach zwei Stunden alle Great Rune gefunden habe, ohne einen Boss gekillt zu haben, weil ich die überall finde. Aber, ja, so oft kommen die gar nicht. Oh, ich hab im Chat geguckt. Meine Lieblingsmusik-Genre? Äh, ich bin langweilig. Ich bin der Typ, der sagt, ich mag alles. Ich bin so ein Langweiler. Ich mag alles. Ich hör alles gerne. Aber, ja, tief in mir schlummert's bei mir immer so. Natürlich, ich komm immer wieder zurück, aber tief in mir schlummert immer so irgendwo die Hingabe für sowas wie Pop-Punk mag ich sehr gerne, so Emo-Punk-Zeug, so Melodic-Hardcore-Zeug mag ich sehr gerne. Da schlägt immer so ein bisschen das Herz ein bisschen schneller. Aber an sich gibt's eigentlich nicht wirklich Musikrichtungen, wo ich abgeneigt bin. Das, womit ich gut viben kann, das, was ich fühle, das mag ich auch. Ich bin aber kein Musikhörer. Ich hasse Musik. War ein Affe geworden. Return to Monkey! Das legendäres Item. Das ist ein Affe geworden. Findest du immer langweilig, wenn jemand nur ein Genre hört? Ja, es ist, es ist ja an sich okay, wenn man, also was heißt, es ist halt nicht langweilig an sich, wenn du alle Genre magst, ja, aber, oder viele Genre magst, sondern es ist halt so eine langweilige Antwort. Wenn halt dich jemand fragt, so jemand will über Musik quatschen oder so und fragt dich dann, ja, was ist eigentlich so dein, so ein Lieblingsmusikgenre? Und deine Antwort ist, ich mag alles, dann ist das Gespräch zu Ende, so. Es ist halt eine langweilige Antwort. Ey, komm schon, noch einer. Es ist halt eine langweilige Antwort. Das ist halt immer so eine Antwort, die von Leuten kommt, die sich halt nicht wirklich für Musik interessieren, meistens. Die sich jetzt nicht so großartig für Musik interessieren, die meistens einfach nur irgendwie ein bisschen Charts hören auf Spotify oder so. Äh, Leute, ich bin gerade irgendwie kurz Braindead da reingelaufen. Ich bin da gerade irgendwie kurz Braindead reingelaufen. Ich habe kurz Respekt verloren vor dem eigenen Leben. Chat. Was ist ein Chat? Wolltest du den One-Shotten? Ich habe den nicht mal realisiert, weil ich gerade so voll im Thema war, dass da so ein Typ steht. Wer Charts hört, tut mir auch leid. Charts sind ja auch geil. Da sind ja auch sehr oft geile Songs dabei. Guckt ihn an, der Musiklehrer. Wo habe ich irgendwas jetzt gesagt, was wie so ein Musiklehrer klang? Weil ich sage, ich mag... Ich mag alles. Was hat das eigentlich mit der Datadisc und Playdisc bei FF7 Rebirth auf sich? Die eine benutze zum Installieren, die andere benutze zum Spielen. Oh, Banger Song! Guitar Room, man! Also du steckst die Datadisc zuerst rein und installierst damit das Spiel und dann, wenn du spielen willst, steckst du halt die andere Disc rein. Und dann geht's ab. Jalla! Hey, jalla! War bei dem ersten auch Teil so. Beim ersten Remake war es auch so. Hattest du auch zwei CDs gehabt? Aber wieso, wieso renne ich da rein? Oh mein Gott. Es tut mir leid, Chat. Ciao, Regi! Nee, 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 nee. Ich hab nur eine Disc bei Teil 1, dann hast du gecheatet. Hast irgendeine Creepypasta-Version, die auf dem Flowmarker kauft. Hallo? Wieso hab ich jetzt einen Blackscreen? Ich hab nur Musik pausiert. Das Spiel ist schon wieder nicht ausgegangen. Also, es ist schon aus, aber es ist irgendwie doch an. Jetzt ist es aus. Diese Woche beim lokalen Händler gekauft, dann hat er dich verarscht. Oder gab's eine PS5-Version von dem Remake? Nee, ne? Oder? Gab's eine ... Ja, okay, dann hast du schon die PS5-Version, ja. Ja, okay, dann erklärt sich das von selbst, ja. Die PS4-Version ist halt die mit den zwei Discs. Was die will, sie will Cash, sie will... wieso kann ich nicht weiter also ich hab jetzt meine Timeline ja resettet das ist nicht meine, die haben wir gerade im Stream resettet das ist jetzt alles komplett neu ich hab sie jetzt, ja gerade resettet, so, was hab ich jetzt gemacht, Chad, was hab ich jetzt gemacht nach dem Reset dass ich plötzlich so viel Beatbox-Kram bekomme hab ich aus Versehen gerade ein TikTok mit Beatbox geliked ist das so ja, hast du ach scheiße kann man hier Scheiße das war nicht gewollt Schatz, unser gemeinsames TikTok ist viral gegangen jetzt kommt wirklich eine Beatbox ich hätte resetten sollen, Chad, und dann noch VPN anmachen oh, hallo Dennis hallo Alter oi wie alle wie alle ausrasten er hat sich einfach nur die Haare gewischt alter fucking Henry oi Junge ok, das like ich beatboxer wieder er hat gesagt, ich hab ne Sehschwäche ich werd nie wieder mehr riechen können nein ah, was geht Tana jo, Emil, was geht's was ist das für ne Jacke ah, die ist vom letzten Winter, Digga ich weiß nicht, ich fand die echt warte mal Digga, Tana, da waren einfach 10 Euro drin vom letzten Winter was? vom letzten Winter? weißt du, was wir alles damit kaufen können? Digga, beruhig dich halt alles, was man mit nem Zehner kaufen kann, ne? hallo? hallo Chef? ja, ich kündige Digga, Tana, warum hast du deinen Job gekündigt? wir haben nur 10 Euro weißt du eigentlich, wie viele Euro diese 10 Euro wert sind? komm mal mit hallo? hallo, willkommen bei Rewe ihre Bestellung bitte 20 Doser, 10 Bildschirme 20 Monitore, ein Mikrofon Digga, Tana, bist du bescheuert? wir haben nur nen Zehner wie sollen wir das denn alles zahlen? also Sir, wenn Sie wirklich nur einen Zehner haben dann können Sie das auf gar keinen Fall bezahlen treiben Sie hier etwas Schabernack mit mir? Sie versteht nicht, Sir diese 10 Euro sind vom letzten Jahr was? Sie spinnen doch diese 10 Euro ist vom letzten Jahr? einmal der Filialeiter bitte an Kasse 2 ja Mensch, was ist denn los? warum rufst du mich? es endet einfach nicht Sir, Sir ich kündige meinen Job der Kunde hat einfach nen Zehner vom letzten Jahr nein, nein was passiert hier warum kündigen Sie jetzt auch ihren Job? bitte ich hab nur diesen Zehner was? dieser Zehner ist vom letzten Jahr? ich kündige meine Filiale wir genießen jetzt ein schönes Leben es hat einfach nicht aufgehört es hat einfach nicht aufgehört schon ein guter Joke die Delivery ist wichtig und die wurde gut delivered mochte deren Energy können wir ja bitte das nächste Mal den Balken schauen beim Randomisen nein Jo was ist das denn? für ein Gerät einfach Monster an der Waffe Knüppel Sensor Zauberstab Katana Helle Bade Ui Ui das ist mies Bonker aber ich hab Bock das hier zu testen Chat ich hab Bock das zu testen was das ist das ist jetzt der Cedric Beldrakes Talisman da hat hier goldene Rune neun oh da sind direkt ein paar Level ab Sewer Goal Key ich mein das ist halt super random aber vielleicht kommen wir da hin ich nehm es mal mit ich nehm auch den Key mit vielleicht kommen wir da an war das das Spinschwert? keine Ahnung ich hab keinen außer das ist ich seh es zum ersten Mal okay Okay! Let's gooooooo! Ich kann das dreimal einsetzen mit meiner FP. Wir sterben noch an dieser Weapon-Art. Habe ich den Seed nicht rerollt? Kam ich nicht vorher nicht auch raus? Kann ich den Seed nicht rerollt? Ich kam im Dungeon raus? Ja, die Gegner ist ja was anderes. Das sind jetzt... Die Gegner-Randomizer ist ja ein anderer Randomizer als die Fog-Gates. Ja, ich habe eine Fat-Roll. Wo kam ich... Ah, ja, guck mal hier! Guck mal, du spawnst hier! Du spawnst hier, Ricky! Wie hast du diese Grace hier übersehen? Du spawnst ja literally neben ihr! Dann war das was anderes? Ich habe nur eine andere Waffe, deshalb habe ich Heavy-Load! Ja, okay! Yo! Jetzt schon wieder Bonking-Time! Na, wir testen mal hier das Ding hier erstmal aus. Wie viel stärker ist das? Das macht halt Lightning-Damage. Das macht Holy-Damage. Aber ist halt in allem besser. Aber die ist halt dafür schneller, ne? Jo, ciao, es gibt! Die ist halt schneller, ne? Die Arschbombe ist halt sehr cool. Wir kriegen einen Bosskampf. Das war kein Treffer? Das war kein Treffer? Ak écrit Ach so! Cooles Painting. Danke. Danke fürs Bild. Danke. Hey, das hänge ich bei mir zu Hause auf. Ich hatte keine Heilung mehr. Ich konnte mich nicht heilen. Ich habe mich nicht extra nicht geheilt. Ich konnte mich nicht mehr heilen. Okay, dann gehen wir zurück und laufen dann wieder runter zu Gottskin Noble. Aber ja, es wurde wohl gerandomized. Es wurde wohl gerandomized. Weil wir kamen jetzt woanders raus. Probieren wir mal die Keule. Was sagt die Keule? Ey, Keule. Was macht der da für ein Hokus Pokus? Der hat einen Stein rausgeholt. Ja, Sprung ist schon eine geil, Mann. Die ist schon sick. Ist auch kein Treffer. Ja, wir können mal Shop reinschauen, ne? Es gab eine Zeit, wo alle Keule, alle aneinander Keule genannt haben. Also ich hatte so eine Zeit nicht in meinem Leben gehabt, Draghi. Oh, sogar ein Einser Stein direkt. Können wir gleich direkt upgraden. Den Key. Ja, wenn ich da raus... Ne, ich kann da gar nicht rauskommen. Das bringt mir gar nichts. Okay, ja, der Rest ist uninteressant. Du bist ja auch irgendwie 60 und du warst schon... Du warst schon 30, als die Zeit war. Okay. Und das heißt, ich habe sie noch nicht mitbekommen, weil ich da schon gelebt habe. Ein Fünfer? Ja, ich habe es jetzt Speer oder Bonk? Speer oder Arschbombe? Ja, okay. Der Gegenübersein kommt drüber. Oh, als ob. Hey, Zilos, geht ab. Kannst du dich nicht einfach gemobbt fühlen, weil ich dich alt genannt habe? Nee, ich bin resistent gegen Mobbing. Elgato. Elgato. Jetzt den geilen Bonker haben, ne? Zu der Frage, ob man I-Frames währenddessen hat. Nein. Nein. Nein, hat man nicht. Hat man nicht. Hat man nicht. Hat man nicht, Leute. Wieso bin ich jetzt nur zwei Zentimeter geflogen? Nein. Goinemana Goinemana Ja, mit Hammer wäre er wahrscheinlich easier gewesen Aber gut, es liegt ja nicht daran, dass er schwer oder war Sondern weil ich dachte mir Ich habe I-Frames Wenn ich In dieser Form bin Ich halte den Scheiß knapp Ich halte ihn Ich halte ihn Auf So, dann können wir ja den Run jetzt wenigstens mit etwas Positives beenden. Mit einem Sieg. Ciao, Cedric. Return to Desktop. So, reroll Seed. Ey, schon wieder ist mein Screen schwarz. Und Elden Ring ist noch im Hintergrund an. Keine Rückmeldung. Randomize. Digi, YouTube Premium. Aber ich bin schon zu weit drin, um jetzt aufzuhören. Habe ich einen Fehler gemacht? Hätte ich anders handeln sollen? Ist das mein Schicksal? 20 Sekunden auf ein 2-Sekunden-Video zu warten? Oh, die Werbung ist vorbei. Ural B ist... Oh, meine Freundin hat mir... Unser Held. Unser Epic-Gamer. Unser Epic-Gamer, Henry. Wer ist das? Du bist so ein Opfer. Du bist so ein Opfer. Und du bist so ein Opfer. Ähm, reroll. Let's go. Ich will Lemonade. Und du kannst mir Lemonade, weil du bist zurück. Du bist so ein Opfer. 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 Das ist hier Henry Cavill. Das ist der Alpha-Gamer. Er baut einen PC zusammen. Einer seiner Lieblingsspiele ist, ähm, äh, Total War, Warhammer. Und Witcher. Guck mal, er baut einfach, er baut einfach nur einen PC zusammen. So eine Legende. Kung-Fu-Serbe, danke schön. Für drei Monate. Er spielt Minecraft. Aber doch nicht. Das war nur ein Ausschnitt. Äh, was? Es gibt ein Problem mit dem Seed. Okay, ich probier'n anderen Seed aus. Jungen, ich krieg nur Beatbox. Ich hab ein Beatbox-Ding geliked. Ich krieg nur noch Beatbox. Okay. Beatbox. 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 And I see you. Beatbox. Beatbox. Dinger, ich hab einen aus Versehen geliked! Einen geliked! Das kann doch nicht sein! Was ist jetzt der Algorithmus? Beatbox Nein, hat er nicht gemacht. Das geht jetzt zwei Minuten lang. Ach du Scheiße. Einfach ganze Folge drin. Ja, das ist der Plan, dass ich mein Algo trainieren will. Deshalb habe ich ja gerade im Streaming resettet, den Algo. Meine For You Page. Ich will ihn jetzt trainieren. Du Opfer. So, was haben wir? Alter. Er ist es, Chad. Er ist einfach ein Gottskin. Apostel. Noble. Forskin. Shit. Was ist das denn? Sind das Fackeln? Das sind Fackeln. Dual-Wild-Fackeln. Ja. Gebalanced. Und das Outfit ist sick. Jo, was ist das für ein Gerät? Oh, die Shit. Die Geule. Clown. Kleine Axt. Kleine Axt. Ja, lass mal Doppelfackel nehmen, Leute. Let's go. Lass mal Doppelfackel nehmen. Drei-G. Drei-G. Longtail Cat Talisman. Lens Between Rune. Was ist denn eine Lens Between Rune? Wieso heißt die Lens Between Rune? Crucible Not Talisman. Wieso heißt die Lens von Rune? 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 W Geil. Oh, ich dachte, ich fall jetzt so unter. Was, ich werd nicht gemobbt im Stream? Doch. Ich spiel dich ja jetzt. Wieso sieben Runs? Ja, Roguelike. Schon wieder hier, Leute. Das kann doch nicht sein. Wieso ist denn die erste immer hier? Ja. Bei den Großeltern. Gibt's hier oben irgendwas? Nee. Da gibt's auch ne Nebelwand. Aha. Schon wieder ein Duell-Land. Let's go! Okay, jetzt mit Anlauf. Okay, die Fackel ist bisher, glaub ich, die schwächste Waffe, die wir hatten zum Start. Passt doch zu Draghi. Okay, er springt hoch. Warte Kurzi. Warte Kurzi. Okay, dafür, dass das der erste Boss ist, sind die Fackeln echt scheiße, ne? Jetzt ist er nicht runtergefallen. Umgefallen. Runtergefallen. Runtergefallen. Ich schaff' ihn auch nicht zu staggern, ne? Ich schaff' ihn auch nicht zu staggern, ne? Okay, ich hab' gar keine Heilung mehr. Tschaui! Ganz im Ernst, was hast du erwartet von den Fackeln? Ähm, dass ich damit rasiere? weggd حmerf problem. Das ist das gran Fisch. Wie war die? Wer ist das? Wie war die Musik? Wie war die Musik? Wie war die Musik? Maeve? Maeve, mein allergutester. Was geht ab, man? Dankeschön für den Raid. Und hallo ihr Raiders, was geht ab? Musik kurz pausieren, damit ihr ruhig reinkommt. Was geht ab, man? Was gab's bei euch so Schönes im Stream? Ey, das ist nicht mehr Sadie. Ne, das ist jetzt Draghi. Wir machen eben eine kleine Elden Ring Challenge. Eine Roguelike Challenge. Alles ist gerandomized und immer wenn ich sterbe, muss ich von neu anfangen. Und alles ist gerandomized, die Gegner sind gerandomized, die Items sind gerandomized. Der Start ist gerandomized. Wenn ich durch Nebeltüren gehe, spawne ich ganz woanders. Und wir versuchen hier so eine kleine, irgendwie so eine Challenge zu machen. Irgendwas zu schaffen. Minecraft gab's. Oha. Was hat er gebaut? Oh, jo. Zwei. Smitting. Oh, oh, oh. Somba und Smitting. Oh, oi. Das ist guter Loot. Hast du schon was geschafft? Ja. Ich hab schon ein paar Bosse besiegt. Und vielleicht andere. Dankeschön für 19 Monate. Und jetzt hab ich zwei coole Fackeln. Okay. Neuner Rune. Okay. Vielleicht, ähm, vielleicht find ich ja gleich ne coole Waffe, die keine Fackeln sind. Auch wenn Fackeln natürlich super OP sind und super cool. Gab's hier, konnte man nicht um die Ecke noch gehen? Ne, ne? Du, du, du. Alexa, dankeschön für 19 Monate. Ja, ich dachte mir halt, Fackeln könnte ganz lustig sein. Aber ich hab auch, um ehrlich zu sein, hab ich irgendwie erwartet, dass ich ne coole Webmart haben werde. Irgendwas mit Feuerspucken oder so. Habt ihr irgendwie was Cooleres erwartet? Als einfach nur ein Stich. Okay. Okay. Ja, ich hätte den großen Kelch mitnehmen sollen. Dann wär ich bestimmt jetzt krass OP. Dann hätte ich jetzt nicht fliehen müssen. Hm. Also bei denen macht's guten Damage. 95. Hm. Ne, ich kann halt auch keine coolen Fackeltricks. Seht ihr, wie OP? Seht ihr, wie OP? Was ist, wenn ich Chat? Vielleicht so spiele? Ich war in Ashen Lindell nicht so stark. Ja, siehste? Die Tür ist zu. Okay, gut, das ist jetzt ein bisschen doof. Aber gut, wir haben ein bisschen was gelootet. Auf jeden Fall ein paar Sticker-Items gefunden. Äh, wo war der Boss-Chat? Wie bin ich da hingekommen? Oben über Rykert, ne? Äh, über Rykert. Doch, doch, ja, doch. Ja, wir können jetzt nochmal zu Nobleskin, äh, Godskin laufen. Da die... Grace nehmen. Oder hier unten gibt's ja auch noch ne Grace. Wir können hier unten noch eine nehmen. Ich bin ja ein Ashen-Lindl. Lindl. Die können wir auch noch nehmen. Hatte ich die Grace nicht benutzt? Wow. Opfer. Ich könnte leveln. Ich hab recht geile Runen gefunden, ne? Full-In. Das ist ne Dex-Faith-Waffe. Äh, Dex-Stärker-Waffe. Schon wieder Quality. Ich weiß nicht, Felix. Das ist das Weirder gerade hier. Scheißegal, was Draghi gesagt hat. Das ist hier mein Run. Gibt beide Varianten, okay. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man hier irgendwas noch finden kann. Weil... Das einzige Mal, dass ich hier ein bisschen mehr rumgelaufen bin, ist halt beim aller-allerersten Mal. 1962. Ein Zehner-Runa? Ein bisschen gibt's hier was. Aber keine Gegner, ne? Noch ne Runde, ne zwei. Okay. Hier wird gleich mies gelevelt, Alter. Werdet niemals VIP! Werdet niemals VIP! Werdet niemals VIP! Mal gucken, wo ich rauskomme. Mal gucken, wo ich rauskomme. Hoffentlich irgendwo, wo ich ne coole Waffe finde. Moment, der Brunnen ist ja auch noch offen, ne? Theoretisch können wir nach unten in den Brunnen. Aber ich glaube, ich will nicht in den Brunnen. Können wir später machen. Wenn ich ne OP-Waffe gefunden habe. Jetzt gehen wir erstmal ganz entspannt hoch. In 62 war ich noch flüssig. In 62 war bestimmt noch dein Papa flüssig. Die Axt war cool, ja. Noch mehr OP als diese Fackel? Ja, ich will ja richtig OP werden. Kurz buffen. Wenn man schläft, dann wird man buff. Als die Klappe escaped. Oh ne, das ist nur so ein Gold-Item. Game-Break OP, ja. Mit der Fackel. Wasi? Also Draghi, ich muss dich gar nicht mobben, ne? Das Spiel mobbt dich schon selbst. Das ist eigentlich so mit einer der schlimmsten Boss im Spiel. mit dem Godskin-Duo. Ey, der Damage ist voll solide. Ist halt nicht geupgradet, die Waffe, ne? Guter Kauf. Geste-Monster. Geste-Monster-Chat. Geste-Monster-Chat. Wer ist das? Wer macht so ein Geräusch? Geste-Monster. Ein Troll. Ne, ein Troll macht eher Trollolololol. Ein Frenzy-Troll. Eine Snagge. Mein Bauchi war das. Ein Frenzy-Troll. Bup. Besiegt. Ich habe einen Besiegt-Chat. Ja. Mit einem Hit gestaggert. Und die sagt, die Waffe ist nicht OP. Ihr sagt, die Waffe ist nicht OP. Junge, wie OP diese Waffe ist. Junge, das ist ja komplett broken, die Waffe. Wo gibt es einen OP-Guide dazu? Haben Gegner in Elden Ring irgendwie Schwachpunkt im Gesicht, im Kopf? Ja, teilweise. Das erklärt einiges, ne? Wahrscheinlich kann man den so mit Pfeil und Bogen dann weg snipen. Damit der runter fällt oder so. ins Auge. Wie so einem Hinox. Gibt es auch Cock-Damage? Okay, den Crafted Boy ignorieren wir mal. Da ist ein Midwirt! Ich freue mich so auf Dragon's Dogma 2. Ich werde sie richtig shit-talken. Ich werde es spielen und ich werde alles daran scheiße finden. Und dich damit mobben. 10k! Ich glaube, so viel habe ich nicht. Wobei, ich habe große Runen bekommen. Okay, chill, Keggy. Ja! Er mobbt auch immer mich mit meinen Lieblingsspielen. Ah! Wie schön, Sleaze! So, wir haben eine neue Waffe, Leute! Der Damage kommt von alleine jetzt. Mh, 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 mh. Muss man dann eigentlich Dragon's Dogma mit Mods spielen? Weil eins ist ja unspielbar mit Mods, ne? Neiße Waffe. Wusste gar nicht, dass du streamst. Ich habe dich schon vor 10 Jahren gesehen. Du lügst. Dass du mich vor 10 Jahren gesehen hast. Vor 10 Jahren hat mich keiner gesehen. und da ich euch beim prime sub das item ist da oben drauf was habe ich denn 2014 auf youtube gemacht mario maker keine hahnung 2014 auf youtube gemacht du darfst gar nichts vom geschmack reden du schittalkst gegen nummer 2 gameplay ich schittalk es nicht ich sag nur dass es jetzt nicht so krass ist also ich spiel nicht gegen nummer 2 für das gameplay äh was 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 er war unsichtbar ja ich kann ja gar nicht mehr sehen wo es ne normalerweise siehst du ja anhand von wasser wo er ist ich seh'n ich seh'n das nicht anvisieren kann mach mich fertig ne das nicht anvisieren kann mach mich fertig ne okay an sich geht das an sich können wir ihn theoretisch sehen wenn ich ihn halt debuffe es ist halt ein bisschen schwierig weil die alde sich halt die ganze zeit so komisch bewegt die halt ohne anvisieren zu treffen ist ein bisschen tricky aber ist an sich machbar wir gehen mal zu dem zu dem du landen jetzt wo ich ein vernünftiges schwert habe der chat ist so verschoben weil keine ahnung ich hab bei irgendeinem spiel habe ich diese szene hier benutzt wo der chat unter mir oder über mir irgendein ui verdeckt hat und dann habe ich ihn da oben hingepackt monster unter war das chill kurz kurz eine chillung einleiten was sind das für coole moves was diese waffe wir kriegen noch ein item leute schick noch eine maske okay cool die macht auch frenzy echt ach so wenn ich den l2 move mache die weapon art okay was haben wir noch für wege wo kann ich doch noch hingehen ich kann theoretisch auch von anderen seite zum gott gehen gehen oder ja okay ich feite hier nicht ich könnte theoretisch auch von anderen seite zum gott gehen vielleicht ist da irgendwas na ein bisschen mehr leben ich hab mal world of tanks gemacht ja ich weiß nicht ob das der schon wieder ob das nur ein video war oder zwei video weiß ich nicht ja wie wenn man überhaupt hier rückwärts gehen kann ich glaube man kann die gar nicht rückwärts oder weil man musste doch da so so berge runter springen ich kann auch gar nicht hier lang wobei waren sogar zwei okay dann zwei Das ist ein Streetfighter-Song, Zangief's Theme. Da gab es auf jeden Fall noch einige Items unten, ne? Vielleicht checken wir die Items dann noch ab? Nee, ich spring nicht. Vielleicht finde ich hier eine Rune. Trompeten! Wow, starker, starker Move. Ja, ist schon ein nettes Schwert, ne? Ist schon nett. Ja, leider keine Great Rune. Mann, finde ich heute überhaupt eine Great Rune? Finde ich überhaupt mal den Weg zum Endboss? Wir haben ein Ziel, ja. Das Spiel durchzuspielen. Frag doch einfach noch mal! So. Ja, den Weg kann man nicht rückwärts gehen, ne? Ach du Scheiße, was ist denn da hinten los? Wo kommen die alle her? Ach, das waren alles Schnecken, ne? Ja, ich komme da oben nicht auf den Balkon. Von hier aus bringt mir nichts zu gehen, ne? Ich komme da auf den Balkon ja gar nicht hoch. Man springt da ja immer runter. Was ist dieser Song eigentlich? Ja, dann müssen wir woanders hin. Aber ich habe jetzt nur einen Weg. Und der... Ne, es muss irgendwo einen anderen Weg geben, oder? Weil ich habe jetzt theoretisch nur den Weg zu dem anderen Bosskampf. Wo wir schon vorhin waren. Und wenn ich ihn besiege, dann bin ich an der Sackgasse. Wo kann ich denn sonst hin? Beim Roundtable upgrade ich meine Waffen. Ja, wir können hier in den Keller nach unten gehen. Wir können hier in den Keller gehen. Da wäre noch einer, ne? Moment, was war denn noch mal? Ne. Was war denn noch mal hier? Was war denn noch mal hier? Am Anfang eines Runs in die Sewers. Ich habe vergessen, was hier war. Ach so, hier, okay, ja, okay, gut. Hier komme ich ja nicht weiter. Okay, 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 okay. Das heißt... Ja, wir müssen die Sewers. Das wird geilo. Mit einem Randomizer. Leckischmecki. Was haben wir hier? Oh! Hatte ich, ähm, Upgrade-Material gefunden? Nee. Kein Einser-Stein. Leider nicht. Da war doch auch ein Gate, wo meinst du? Ja, da wollen wir ja jetzt hin. Im Hub? Das kann mich theoretisch woanders hinporten? Oh mein Gott, das Menü. Das kann mich woanders hinporten? Falsch. Ich dachte, da kann man nicht mal durch, weil... Ist halt PvP-Area. So wie auch oben bei dem Arena. Bei Leindl konnte ich auch nicht hin. Da konnte ich auch nicht durch. Okay, ich kann durch. Okay, ist auch eine. Okay, interessant. Dann hätten wir die theoretisch auch jedes Mal am Anfang direkt testen können. Ey, wir sind nur im normalen Leindl. Juhu. Juhu. Wir haben jetzt beide Leindls. Vielleicht müssen wir doch nicht in die Seawas. Jetzt. Ich hab schon 19 nur, ich hab keine einzige Great Rune. Ah, Grüße Rai-Card! Ja, ohne Schlangensperr ist ein bisschen schwierig, ne? Oh, man kriegt den einfach! Ja, ich hab keine Ahnung. Das war's. Ich hab ihn. Boah, ich dachte, die Lava kommt hoch. Dachte ich kurz. Eeeh. Neue Open-World-Sites-of-Grace-Are-Aviable. Was? Ja, hier Phase 2 drin. Es ist ja nach Bossen. Also wenn hier ein Boss wäre, der zwei Phasen hat, dann könnte theoretisch auch eine zweite Phase kommen von ihm. Aber da ja hier der Godfrey, der Boss, nur eine Phase hat. Und eine CD. Dankeschön für 20 Monate. Mehr Leben. Ich mein, wir können auch mit der Waffe spielen, ne? Mit dem Schlangensperr. Können wir auch die Rischau spielen. War auch eine starke Waffe. So, wo gehen wir hin? Wir haben jetzt drei Nebelwände. Ich glaub vier sogar. Seitlich glaub ich, da noch eine. Wir haben jetzt hier vier Nebelwände. Fünf, fünf, sechs. Fünf. 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 Fünf Nebelwände. Dann checken wir mal alle ab. Das ist quasi jetzt unser zweites Hub, ja? Okay. Oh, lol. Wow. Wow. Droppt ihr alle was? Stopp now. And consider that a simple Mishap. Before you tarnished, the city was taken away the half. No, not for you. Irgendwie wenig Ausdauer, die Waffe verbraucht. Alter, wir haben wieder unseren Helm. Vom letzten Run. Vom vorletzten. Vom vorvorletzten. Ja, Wolfi hab ich nicht angefasst. Ich hab nur sie getötet. Ja, ich denke nicht, dass wir ihre Quest jetzt machen werden, Yami. Das ist ja die Helm. Let me solo. Let her solo me. Ich bin jemandem. Ich bin nur ihnen. Ich bin ich. ich habe ihn nicht gesehen im hintergrund der kann nicht bluten und ich komme nicht mit ihm klar fick mein gesicht wieso ist das so stark wieso ist er so stark ich will kurz also der run ist vorbei aber ich will nur kurz reinschauen wo hätte mir theoretisch noch rausgekommen gekommen wäre wo wir rausgekommen hätte ich die anderen noch benutzt die anderen vor geht es einfach so ein interesse aha diese fucking crucible nights na ja ich musste irgendwann mal lernen irgendwann muss ich mich hinsetzen und dann eintrainieren parieren ich glaube die sind mit parry richtig easy ne aha 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 hast du stark was sind schilde ja ich benutze auch nicht wirklich oft schilde aber ich hätte mit dem schild nicht mal parieren können oder ich hätte mit dem schild nicht mal parieren können oder die drei sind angeblich ne das sind doch nicht drei verschiedene oder das ist doch dieselbe okay let's irgend so einer ranzigen höhle ich meine kann ich testen aber ich glaube das ist eine werden das drei werden das wäre ja insane wenn wir jetzt wenn wir jetzt einen neuen run starten ich lande wieder in vulkan manor Dienstag dieses spiel das sind tatsächlich alles unterschiedliche foggates crazy dann hatten wir hier einfach sieben foggates es gab auf jeden Fall zu viele crucible nights und der doppelboss crucible night shit das war der größte absturz überhaupt ha ha ja das war's mit ragi ok so so re rollseed beatbox in elevator junge oh mein god etwa Ich hab Punkt Ich hab Punkt hier wird schlecht die box beatbox 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 und wie schmeckt es das muss ich mal nachmachen helfen das starke gericht das ist ja super lecker aus junge und so einfach eigentlich sehr viele steps na aber ich glaube das lohnt sich muss man ja nicht jeden tag machen stark einer geht noch bitte like das ja eigentlich muss ich das liken damit wir rauskommen aus dem beatbox alles liken was nicht beatbox ist damit ich da rauskomme ok wen haben wir jetzt am start egal wen hauptsache nicht vulkan manor schicker helmfreak nice dolch und der hat noch eine andere waffe oh gigabonk und ein parry schild leute das ist es glaube ich moonlight great sword wir nehmen das moonlight great sword und das ist auch geil da ist wieder der ding den hat mir schon heute mal gehabt obwohl fackel leute fackel ist richtig wer hat gerade dann kriegt das jetzt felix das ist diesmal felix und amelie dankeschön für sechs monate was geht ab ist das moonlight great sword in dem game nicht kacke nimm das zurück jetzt kann ich hier so den hier machen auf geht's nach vulkan manor es ist ziemlich op ok vulkan manor vulkan manor es ist kein vulkan manor ich bin am anfang des spiels hier ist hier schon direkt eine fock geht nein das ist ein merchant ja gehen wir unten lang oder hier na komm wir testen direkt die hier was erg ob wie w w w w w Oh, da ist ja was! Das ist ja eine Zauberkatze. Nein, 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 das wollte ich nicht, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht! Schmeiß den Run jetzt weg, schmeiß den Run jetzt weg! Als ob das nicht ankommt. Scheiße, ich bin nicht mehr gebufft. Ach du Scheiße! Die Kugeln, die Kugeln, die Kugeln! Boah, Junge! Und das alles für fucking Lightning Bolts! Das ist der erste Boss, ja, und trotzdem one-hitted er mich fast! Hallo, ganze drei Lightning Bolts! Ähm... Unten gab's ne Grace, ne? Na? Hä, wieso hat bei mir Riki, oder was? Wieso hat das für sechs Monate automatisch verlängert? Und nicht für einen Monat? Hatte vor sechs Monaten im September wegen September vorgeballert. Und wenn ich jetzt auf Twitch sechs Monate vor es habe, was hier geht, ja, dann nach den sechs Monaten automatische Subscription wird wieder sechs Monate gemacht? Ich dachte, dann kommt einfach nur ein Monat wieder. Das heißt, du hast jetzt ungewollt sechs Monate Tier 3 auf einem Haufen rausgehauen. Das sind... Sind schon ein paar Euronen. Mail sagt 101. Ach du Scheiße. Kannst du das nicht zurückziehen? Wer ist denn da oben jetzt? Junge, der Song. Ja, irgendjemand ist da oben. Wir sehen ihn gleich schon bestimmt. Wir werden ihn gleich kennenlernen. Weil er jetzt einfach so 100 Euro aus dem Nichts unerwartet zu verlieren, kann halt schon wehtun, ne? Okay. Muss der da sein, Chad? Kann der nicht woanders sein? Der ist ja auch ultra-tanky. Ist weg. Ich bin auch weg. Ich bin auch weg. Man muss ja nicht jeden Gegner töten, ne? Ich muss ja nicht... Ich muss ja nicht jeden. Junge. Zwei Exe hintereinander bekommen. Das ist diese Gruseloma mit dem Blutzaubern, Alter. Ne, du lebst noch. Alles gut. Schmerz vor allem, weil ich schon gut ausgegeben habe, ohne den Gedanken, dass sowas passiert. Ja, das ist ja mega-arsch. Dass das dann so unerwartet kommt. Aber crazy. Wusste ich auch nicht. Jetzt habe ich auch was gelernt. Chat, wenn ihr Force habt für mehrere Monate, vergesst es nicht, ne? Hey, das kann doch nicht sein, dass wir immer hier landen, Chat. Das kann doch nicht sein, dass wir immer wieder hier landen. Das ist schon der vierte Run oder so im... der vierte Run hintereinander, wo wir hier landen, oder? Das ist aber auch, by the way, so. Aber mit normalen Subs und nur für drei Monate. Also voll okay. Ja, Tier 3 auf sechs Monate ist das krasseste, was ja dann geht. Und das dann schon... Aber ja, äh, Ricky, Dankeschön, ne? Danke für die sechs Monate Sub. Ja, ich hoffe, du kannst das zurückziehen. Regal, spinn die Hose an. Jo, ne Heldenruhne. Schön, ja, weißt du schon mal Vulcan Manor? Ich bleib bei meinem bequemen Tier-One-Sub. Ja, wenn du ja Force-Subst, dann ist das ja günstiger. Und dann halt, er hat's ja in dem Fall gemacht, dann sogar im September. Das ist ja wahrscheinlich dann sehr günstig gewesen. Force haben plus September ist dann bestimmt einfach nur 5 Euro. Ich hab 30k. Haben wir im Roundtable irgendwas Interessantes gehabt? Warte, bevor ich ausgebe, gehen wir kurz zu meinem Roundtable. Full-In, ja, ich kann nicht Full-In gehen. Ich muss auch ein bisschen... Also, anfangs würde ich... Meine Waffe ist ja schon recht stark. Ich müsste... Wie immer anfangs erst mal nur auf Leben gehen. Hier gab's ein Samen. Ja, alle Tänne, ja. Aber ich hätte hier doch Theorie... Nee, hätte ich nicht. Nee. Äh, wir können kurz auch mal diese Dinge testen gleich. Die Nebelwand hier, ne? Eine neue Flask. Äh, und dann Level Up. Alles in Leben. Wer lebt, der stirbt nicht. Wer nicht stirbt, der gewinnt. Doppelboss. Und ne andere Nebelwand. Valiant Loretta. Frage ist, wer ist der Zweite, der gleich kommt. Buf, du, 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 du. Noch eine Loretta. Aber wieso spiele ich so? Ist mein erstes Videospiel gerade, oder? Die Füße Die kann man richtig reposten, ne? Was? Ob die so weit wegbounst? Ja, das geht kaputt gehen, das kann kaputt gehen, wieso sagt mir das keiner? Wieso kann die die Steine kaputt machen? Ich dachte, ey, ich hab ne coole Mauer, da kommt niemand durch. Mann, wieso mach ich eigentlich immer irgendwelche Challenges, Leute? Wieso mach ich eigentlich immer irgendwelche Challenges? Wieso mach ich das? Was machst du denn schon wieder hier, als du mich letztes Mal entführt hast? Wie? Ist schon wieder Black Screen? Schon wieder Ellen Ring ist immer noch an, ich versteh's nicht. Rikki einfach. Das ist einfach Rikki. Oh mein Gott, warte mal, warte mal, ist es ein Red Bull da, was du gerade in der Hand hast und gleich trinkst? Ja. Cool, hast du schon Red Bull drin? Henry! Henry! Ich krieg jetzt schon so früh schon Doppelte einfach. Neuer Algorithmus, Leute, ich krieg schon jetzt Doppelte. Hey, Sebas, 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 cantate un... Who is your dad? You're like the shiny evolution of me. You're like a softcore. I have a ginger twin. Ach, das sind zwei verschiedene. Das sind zwei verschiedene. Ich dachte kurz, da war ein Cutter, und er hat sich die Haare gefärbt. Hey, ich bin Richard Wells, und... Ähm... Okay, der Seat geht nicht. Wieder? Danke so much. Hier you go, Ella, one, two. Hey, mama! stark der Seed geht auch nicht hab ich das geliked? ich muss trainieren ey, wieso geht denn jeder Seed nicht? ich krieg die ganze Zeit Error try another Seed schon wieder ich habe nicht einen Uber wir haben einen jetzt ich bin gut, bro oh mein Gott komm in die Hölle oder warte, warte, warte okay okay, der Seed geht Junge, was ist der mit dem Teel schwanzlos? Junge aber der ist auch ultra lang oder? der ist irgendwie doppelt so lang als der von meinen Katzen ja, schwarze Katzen sind echt cute die sind echt schön Kegi heißt ja, das Video von Drake sah ja, das war Masu Pilami Okay, wir beschwören jetzt mit diesem Song jemand richtig krassen. Wer kommt jetzt? Ich glaube, Chad, ich glaube, wir brauchen wieder jemanden zum Bonken. Ich glaube, wir brauchen wieder einen richtig soliden Bonk-Run. Ja, ja, unga-bunga. Das ist eine zweite Waffe. Noch ein Try, Leute. Versuchen wir es nochmal. Nein. Sword of Night of Flame. Weiß, Alter. Weiß, Alter. God's Wind Swelling Cloth. Ne, Elfer-Goldenrunde. Die gibt mir schon richtig viel Ruhen, ne? Starkes Early Game. Schild, lol. Weg mit der Scheiße. Imagine, Schild überhaupt ausgerüstet haben. Jetzt wird gepunkt! Dieser Hut, damit man trotzdem noch irgendwie halbwegs intelligent rüberkommt. Endlich wieder Vulcan Manor. Let's go, Vulcan Manor! Alter! Boop, 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 boop! Was gibt's hier für'n... Weapon... Okay, ist ein Schrei. Und ein Buff, ne? So, ähm... Gebrüllt wie ein Löwe! Nein, nein, was mach ich? So, ich brauch kein Mana. Was ist dieses Mana? Wir brauchen nur Bonk. Auf den Hebe, auf den Klopf, Bonk! Bonk! Ich hätte eigentlich... Ja, ich hätte einfach alles in Stärke reinmachen. Und dann machen wir einen One-Hit-Run. Alles wird One-Hitted. Sogar ich. Oh! 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 Oh, was ist meine... Trenk! Oh! Oh! Kommt der hier runter? Wir können nicht gewone-hitted werden, wenn wir alles andere one-hitten. Mir gefällt, wie du denkst. Gefällt mir. Das ist die Bonk-Pose. Ist da gerade Blythe? Ist da gerade fucking der... Ist da... Mach du Scheiße. Okay, ja, ich geh ja schon. Okay, Leute. Ich guck mir ein anderes Foggate an, okay? Ciao. Arschloch. Ja, ich hab... Im Roundtable haben wir hier immer ein Foggate. Mount Gelmier. Wie du mir so gelmier. Leider im Dunkeln. Leider im Dunkeln. Wow! Laterne... Nee, ich hab keine Laterne vergessen. Aber ich hab kein Geld für eine Laterne. Ja, okay. Der Bluthund ist da am Chillen. Guck mal, wie er das Feuer riecht. Nee, er macht das Feuer gerade heiß. Er macht das gerade an. Psch, psch, er boostet. Damit die Glut richtig... Richtig zündet. Richtig zündet. Oi. Das ist ne gute Runde, das gibt Levels, das gibt ein paar Levels. Darum ist ne Schnecke, ne Schnecke. Ich werde vergiftet, ich werde vergiftet, ich werde vergiftet, schade. Ist mir gerade ein bisschen hier alles too much. Seht ihr irgendwas, da sehe ich nicht. Scheiße. Schild. Alabaster Schwert. Ich hab mich verlaufen. War ich hier schonmal? Ja, da ist das Pferd. Geht's da lang? Ich hab keine Ahnung, ich kann mich an diese Höhle nicht erinnern. Ich hab keine Ahnung, wo's hier lang geht, ne. Da sind auf jeden Fall einige Gegner da drin. Kann das sein, dass ich jetzt eigentlich laufen muss? Nach Hause? Ich hab keine Heilung mehr. und ich bin vergiftet und ich kann mich nicht zurückporten. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. Ja, Chat, was hattet ihr eigentlich von Weeping Peninsula? Was hattet ihr von diesem super tollen Castle? Das ist eigentlich ein schöner Ort da, oder? Langweilig? Nee, der war doch ganz cool, oder? Guck. Ich glaub, hier können wir Spaß haben. Nur wenn du Bleid machst. Auf gar keinen Fall. Hey, MangoCat. Also, wir haben hier diesen komischen Blitzritter. Links könnte ich noch den Dork holen von Radagon. Ah, da oben ist noch irgendwas Feueriges. Jeder ist hier. Auci, auci, auci. Stop! Spielstopp! Spielstopp! Danke. Junge, Junge, Junge. Er rasiert da unten irgendwie alle gerade weg. Wer ist der da oben? Das ist ein riesiges Ding da hinten. So, wer hat aber hier Feuer gespuckt? Der kommt hoch! Der kann Leitern klettern. Hehehe. Kommt er noch mal hoch. Geil! Geil! Okay. 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 Hab ihn. Hab ihn. Warte, ich hatte doch vorhin genau das Schwert hier bekommen. Ist das geil, Chat? Das ist ja kein Bonk-Schwert, ne? Brauchen wir nicht. Ich musste nicht mal fragen, was das ist. Oh! Von unten rein! Jabbadu! Ich bin Scooby-Doo. Zack. Ach, das war sogar das Schwert von dem Typen. Aber er hatte doch irgendein Gravitations-Shit gehabt. Okay, das war doch kein Gravitations-Ding. Aber lebt! Äh, okay, Memory-Store. Was? Ich komm rein und seh die Keule, Liebs. Ja, die Keule ist wundervoll. Ich bin so gut, ich bin so gut. Ja. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Aber er hat mich noch mal gemacht. er war ein bisschen denken david mccr 5 kann man mal spielen ja kann man mal spielen wo kommt er denn her mit weg wie er da steht hat sich einfach aufgestellt da oben war ursprünglich talisman mal gucken was da jetzt ist ich weiß nicht ob man den bären schisten kann kommt der typ hier hoch die gehen alle nach hause wahrscheinlich nicht allzu lang okay ich lasse ihn leben wieso war das so knapp joh Bis Run gewonnen ist. Ja, also vielleicht habe ich mich ein bisschen überschätzt. Ich glaube, ich will die Spannung nicht rausnehmen, ich will die Spannung nicht rausnehmen, Chat. Ich glaube, ich werde heute den Run nicht schaffen. Party, 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 People, Party, 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 Party das ist keine gewinne einstellung ja normalerweise bin ich immer sehr optimistisch und vielleicht auch ein bisschen de lulu aber jetzt so nach jetzt so nach fünf stunden oder wie lange ich schon dran bin fast fünf stunden und immer noch keine einzige große rune obwohl ich vier sammeln muss ja lass mal gucken was sie verkauft ich dachte wenn meine keule ist nicht somber aber das hier meine keule ist eine normale radars line armor einfach das road medallion scorpion stinger der finger jet finger run das ist auch eine bonk waffe aber das ist ja das schöne an dem roguelike das kann man jede woche im stream spielen bis man das geschafft hat ich weiß nicht moment wieso ist der finger so klein ach da ok so lass mal kurz den finger upgraden falsche richtung habt ihr chat mitbekommen yokotaro hat mir drei geteased harter kopium an der stelle auf einem konzert auf einem konzert von den ganzen hier wurde sehr oft repent irgendwie ist sehr oft repent aufgetaucht in den shows und das e in repent war wie eine 3 geschrieben nie drei nie drei die die jetzt dann Wie er die Leute dazu animiert, dass die alle klatschen und ausrasten. Indem er als Joke sagt, der Präsident von Square Enix ist im Publikum. Wenn ihr laut genug klatscht, dann gibt es ein neues Spiel. Und alle rasten aus. So ein King, ey. So ein King. Oh Mann. Hey. Was war das denn? Wow, Crow Dog. So, wo kommen wir raus? Meinte Square, by the way, nicht, dass es kein neues Nier mehr geben wird? Square soll die Fresse halten. So, ich habe es jetzt gesagt. Wo bin ich denn hier gelandet? Yo, Joe Escaped. Skalit! Skalit, Ruth! Wieso stirbt er nicht? Äh, ja, ich glaube, wir müssen mal kurz zu einer Grace wieder zurück. Ich bin, äh, ich habe Aids oder so. Auf einmal geheilt, ja. Ja, irgendein Typ war vorhin hier drin im Chat, der irgendwie Englisch gesprochen hat und hat gesagt, dass sein Penis Scarlet Rod hat und das ist AIDS. Der war hier, um Deutsch zu lernen. Er war ein Englischsprachensprechender Typ und der wollte hier Deutsch lernen. Er hat sein Bestes gegeben. Hier ist eine Nebelwand, okay. Eine Nebelwand, durch die ich nicht kann. Aber oben ist auch kein Weg. Also haben wir jetzt nur Was ist, wenn ich Hier zurückgehe? Bin ich in der Open World? Hier geht es noch weiter. Was sind hier die Top-5-Pimmel-Themen? Ja, was sind eure Achso, ich komme dann hier raus, Leute. Ich bin dumm. Natürlich. Wo kann ich denn noch hin? Ja, nur hier, oder? Du bist ein Arschbäckchen. Nur hier, oder? Kannst doch beim Castle über die Lücke springen, oder nicht? Echt? Das sah sehr knapp aus. Ich habe halt kein Pferd. Ohne Pferd. Machbar. Schon, ja. Also, wenn ich sterbe, Seid ihr schuld. Das kann uns eigentlich egal sein. Ich könnte jetzt auch sagen, spring von der Klippe. Du wirst nicht sterben. Und wenn du stirbst, ja, dann ist es halt meine Schuld. Ja. Wow. Juckt halt. Finger! Nicht krank werden. Da komme ich doch never rüber. Von oben oder von unten? Mit einem Pferd halt, aber ohne Pferd. Easy? Nein. Wie weit springe ich? Boah, das sieht echt nicht weiter aus, wie weit ich springen kann. Also, von hier oben definitiv nicht. Vielleicht von unten. Aber das ist auch schon sehr knapp. Ja, ja. Also, wenn, dann von hier. Aber das klappt nicht. Von da oben auf den etwas niedrigen Stein. loll, man springt hier in Elden Ring voll weit. Ja, ich lasse die da mal so alle, die, ich glaube, die sind gerade alle am Trauern oder so. Da ist jemand gestorben. Ich lasse die einfach mal, okay? Und ich denke mal, hier geht's. Ah, hier ist noch eine Leiter. Alles gut. Oh, die Klaue. Die da waren noch mal eine 100 Euro. Äh, 101, um genau zu sein. 101 und 96 Cent. Oh mein Gott, ich hasse Vögel. Oh mein Gott, ich hasse Vögel. Was war noch mal Redmayne Castle? Irgendwie ist das ekelhaft. Ach, das ist einfach nur General Radan. Ach so, stimmt. Man konnte ja noch rumlaufen da drin im Castle. Das habe ich ganz vergessen. Das macht man auch nur einmal. Das macht man nur einmal. Ansonsten nimmt man ja den Teleporter direkt zum Festival. Das macht man ja den Teleporter. Wo, wer, wann, wieso, weswegen? Da kommt eine Armee raus. Finger! Schade. Der hat die gebufft. Der hat die wieder gebufft. Der hat die wieder gebufft. Schade. Ich weiß. Ich weiß. Der hat die blad. Der hat die blad. Der hat die blad. Das war ein bisschen gruselig. Dieser geile Finger, Mann. Jetzt. Wo kommt der denn her? Ich hab ihn gar nicht getötet. Stimmt, das ist ein Skelett. Den muss man auch draufhauen. Oh Junge, Junge. Hey, ich hab alle besiegt. Da ist noch einer. Grüße. Ich bin gekommen zu looten. Und Sie müssen bluten. Scheiße, scheiße. Bruteforcen. Was für Skill. Was für Dodge. Einfach R1. Gewonnen. Junge, dieser Song. Endet aber auch nicht. Bunga Bunga halt. Ja, Leute, ich glaub, ich fühl den Finger nicht so sehr. Irgendwie hatte ich Erinnerung gehabt, dass dieser Finger-Move voll stark war. Aber der ist nicht nur schwach, der hat auch irgendwie kaum Reichweite. Back to Unger Bunga. Der hat ja noch einen anderen Move gehabt. zu spät. Vielleicht gab es noch einen zweiten Finger? Skelett, Mann. Ui, okay, ich krieg einfach eine Remembrance. Okay. Ich mein, ich beschwer mich nicht, ne? Da oben ist aber eine Marika-Statue. Hab vergessen, was das ist. Das sind Bossseelen. Und ich hab gerade so eine vom Elch bekommen. Es gibt so einen Elch, wenn du ihn besiegst, dann gibt er dir das. Kannst damit halt was craften oder halt... Mit dem Finger kann man dual wielden? Wie? Also du meinst, wenn ich noch einen zweiten Finger finde oder was meinst du jetzt? Ne, achso, ne Frage. Ja, ich denke mal, wenn du einen zweiten findest. Aber ich glaub, pro Durchlauf gibt's nur eine. Also musst du entweder einen Kumpel haben, der dir das droppt, oder einen zweiten Run machen. New Game Plus. Ja, ich muss leider da... Da lagen, wo es so ekelhaft aussieht, ne? Was gab's hier noch? Mhm. Also theoretisch kannst du halt alles dual wielden. Ich könnte auch den Finger dual wielden. Mit... Ja, so. Wie Power stanz man nochmal, Chat? Oder ging das nur in Dark Souls 2? Ach, nur mit der gleichen Waffenart? Okay. Der Finger ist ein Hammer und das ist kein Hammer? Das ist ein großer Hammer. Ja, was machen wir hier? Rennen wir hier durch? Weil der ist schon echt ekelhaft. Kannst du mal den Fingernagel schneiden? Attacke! Ich steh in seiner Scheiße! Hat der gerade ein Gesicht gehabt? Habe ich gerade gerade ein Gesicht gesehen? Ah, 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 ah! Aber... Junge, das hat mich irgendwie gar nicht getroffen. Das war doch geschummelt. Das hat mich gar nicht getroffen. Das sah so aus, als würde es eigentlich hinter mir treffen. Das war schon echt Bullshit gerade. Das hat mich eigentlich gar nicht getroffen. Es war schon 20 Uhr. Okay, Leute, letzter Seat. Letzter Seat. Digga, dieses dumme Elden Ring Spiel. Geh doch jetzt endlich aus. Wie sieht das jetzt aus? Den Katzentalk liken? Ja, ist weg. Der Katzentalk ist weg. Das ist doch die eine Dinges. Das ist doch die eine Dinges. Das ist doch die eine Dinges. Von einem Tomatolix-Video. Die macht Porn. Ja, Tomatolix ist so ein YouTuber. Kennst du nicht, Ricky? Der hat ein Video gemacht. Wie ist das irgendwie als Camgirl oder so? Und dann war er bei ihr zu Hause und sie hat erzählt, wie sie... Also... Ja, er hat sich quasi für uns Männer geopfert. Und dann war er bei einer Campshow bei ihr dabei und hat zugeguckt, was sie da macht. Ich bin Harrodin. Mega geopfert. Ja? Ja, ciao, cd. Was ist das für ein schrecklicher Filter? Lag einfach ein Waschbärs da drin. Dann kommst du nicht mehr raus, oder was? Guck mal, gar kein Problem, Cousin. Wir wollen nicht hier raus. Du musst nur die Stange greifen. Hier. Kollege. Nimm die Stange. Wir machen Räuberleiter. Ja. Genau. Hier, hier, hier. Nimm die Stange. Nimm doch die Stange. Er versteht nicht. Jetzt. Ja. Und hoch mit dir. Und hoch mit dir. Boah, Bruder. Ja, du wirst... Du musst schon ein bisschen Bizeps trainieren, sonst wird das nix. Ja. Und hoch. Jawohl, Bruder. Mann, was für süße Tiere, ey. Gern geschehen. Mach dafür nur ein bisschen Welle für unseren Song. A.O.B. Featuring Louvre. Division. Outlaw. Was für... Mach Welle für unseren Song, Alter. Jo, Leute, was geht heute? Junge, jetzt hab ich einmal, einmal bei der Alten gerade zurückgespult, um zu sagen, hey, die hab ich bei Tomatrix gesehen und jetzt wird bei mir jetzt alles gespult, voll geflutet mit der, oder was? Boah, ist das satisfying. Boah. 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 Do you know that you can make a gong droid by quite literally flipping two Ikea boxes upside down, stacking them on top of each other, sanding them, then spray painting them, then painting them with acrylic paint, then attaching a bunch of random stuff to them with hot glue and then painting over that and then detailing it, and then it looks like a gong droid. Because I knew that. Ich weiß nicht, was ein gong droid ist. Star Wars. Okay, hab ich gesehen. Keine Ahnung, was ein gong droid ist. Junge! Aber ich glaube, das stimmt, oder? Ich kann nicht mehr runter. Warte, ich hab TikTok durchgespielt. Dieses Video ist für Marc Forster. Hi Marc, hier ist Alex. Ich weiß nicht, ob du dich noch an mich erinnerst, aber du meinst mal... This is the rhythm of the night. Warum? Warum? Schließen wir unsere Augen, wenn wir beten, weinen, küssen oder träumen, weil die schönsten Dinge im Leben nicht gesehen, sondern gefühlt werden. Boah. Warum? Boah. 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 Okay. Was ist das für eine scheiß Tür? Was ist das für eine scheiß Tür? Okay. So, dann wollen wir mal ein bisschen was verfugen, fangen wir mal an. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 gab schon erfolgsmomente kommt drauf an wie definierst du erfolgsmomente aber das ist doch geil jetzt kriegen wir auch noch die sewers am ende doch noch so nice was irgendwas funktioniert in summoning pool funktioniert jetzt können hier halt runter oder oder arsch lecken hallo ok wir können hier runter oder oder hier runter ich weiß nicht wo schneller von foggate kommt ich will auf jeden fall so schnell wie möglich hier aus diesem drecksloch raus ist auch stark leute vielleicht für bosse wegen scarlet rod ich habe ein bisschen angst hier kommt schon 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 Nein Ich werde kein einziger Great Rune heute bekommen Die Omi Die Omi Die kann giftig sein So Aber wie Das Ciao Panik Panik Hilfe Hilfe Ich dachte der kickt halt mich runter Ich dachte der kickt mich runter Okay Panika Panuka Pumika Punika Oh Punika Gibt es noch Punika? Punika Punika gibt es noch? Punika Let's go Ganz am Anfang Chat Hab ich noch gesagt Vielleicht kriegen wir noch einen Tröten Run Da ist die Tröte Am Ende schließt sich der Kreis Am Ende schließt sich der Kreis Wirklich Aber das ist leider nicht die geile Tröte Das ist nur die kleine Tröte Die andere war geiler ne Die so ganz viele Blubber Blasen macht Punika Punika gibt es seit 2022 nicht mehr Oh Achso Das ist Lull Ging es hier nicht weiter? Nicht? Ich dachte hier ging es irgendwie weiter Dann springen wir ins Loch rein Wollst du gerade Kröte sagen? Bei was? Bei welchem Wort? Ja vielleicht Noch Restbestände kannst du kaufen Ich hab fett Ja ich sah gerade gedocht Das sah gerade so aus wie er gedocht Einfach Okay pass auf Chat Pass auf Pass auf Chat Pass auf Pass auf Der Stash geht in Minecraft mit seiner Tröte Ich will in beide Richtungen nicht gehen Junge die Tröte Ach du Scheiße Da ist mein Erzfeind Da ist mein Erzfeind Ich bin weg Nein Nein Seht ihr was Chat? Ich hab leider keine Keine Lampe dabei Gibt es hier ne Nebelwand? Diese Ratte Moin Junge Als würde der so ein LKW gerade auf dich zufahren Und du bist so ein Hirsch Der gerade auf diesen LKW guckt Und nicht wegläuft Und der hupt Und der hupt Und du gehst nicht weg Ein Freund von mir Skillt in jedem Elden Ring Run Ein paar Punkte in Int Um den Lampenspeerlein zu setzen zu können Das macht mich so fertig Seit ich das mitgekriegt habe Ja wieso nicht? Ach du Hat er bestimmt irgendeinen deutschen Guide gesehen Clean Rod Shit So das sind so Deutsche Guides Die dann auch immer so empfehlen Immer Ob bei Dark Souls 1 Oder sowas empfehlen Wie Ja am Anfang Ein bisschen den Glaube rein zu skillen Ist ganz gut Weil dann kannst du den Heal Spell Direkt am Anfang mitnehmen Und dich heilen Wenn mal deine Estus Aus sind Was ja nicht verkehrt ist Aber es ist halt irgendwie so Ist irgendwie so süß Während so International so Videos sind So OP Guide Mit dieser Waffe Wie du alles one hittest Die Deutschen so Ja am Anfang so ein paar Punkte In Glaube rein machen Dann kannst du dich auch Selbst heilen Mit den Spells Wenn du nichts hast Und du kannst auch Ein Spell dir holen Hier und da Dass du dich zurückporten kannst Als wenn du mal Keinen Homeward-Bomb mehr hast Oder es brenzlig wird So Digga Was für Punkte in Glaube Damage Wie war dieser Song Gerade Die geile Vorhaut Auf meinem Kopf Ich werde kein OP-Geiler Ich habe keine Ahnung Wo hier eine Nebelwand ist Ich finde sie nicht Ich weiß nicht Ob es überhaupt hier eine gibt Oh jo Da ist ein Der hat seine Kanone Hier nach unten mitgebracht King Nur bei Mock Sprich ich muss Ganz normal Legend Joooo Leute das wird wirklich Der Horn Run Ich krieg alle Hörner Was ist geiler Also die ist halt Nur minimal Nur minimal stärker Ist die Große Verliert zwar Drei Verliert Drei Faith Macht aber dann Insgesamt Acht Damage Mehr Die Große Scaled besser Mit Stärke Und Decks Also das Stärke Deckscaling Ist bei beiden Gleich Aber die Kleine Hat halt noch Ein Faith Scaling Auf C Gehen Oh joge Bum Nein Steht wieder Auf Sie Steht wieder Auf Ai Buckler Das Blau Bedeutet doch Dass das Scaling Etwas besser Ist oder Nicht Es gibt Noch Einen Unterschied Es gibt Ein gutes D Das Blaue Ist doch Nur Bei Es gibt Ein gutes D Und ein Schlechtes D Die haben Innerhalb Von den Scalings Noch Andere Scalings Also es Gibt Dann So Ein Schlechtes D Ein Mittleres D Und ein Gutes D Hidden Mechanics So was Wie C Plus Als Beispiel Miyazaki Du Troll Das heißt Ich muss Die Sewers Theoretisch Ganz Normal Legit Machen Wenn ich Zu Der Nebelwand Will Aber Ich Hab Keine Ahnung Von Den Sewers Ich bin Jedes Mal Aufs Neue Hier Verwirrt Ich bin Irgendwie Über Den Drüber Geflogen Die Qualle Alter Das ist ein ewiger Streit Aber ich glaube Das gibt es Nicht Das Scaling Basiert Glaube ich Auf dem Grundschaden Also hat Die Waffe Mehr Grundschaden Auch Besseren Scaling Also Gibt es Gibt es Ich Ich hab Ich hab Letztes Jahr Mit Freunden Gespielt Die Den Weg Kannten Ich Hab Mich Verlaufen Und Es Zuerst Gefunden Stark Dank Digga Das Ding Haut Ja Richtig Rein Vielleicht Sollte ich Mal Zweihändig Nehmen Die Foggate Im Roundtable Hab ich In dem Run Nicht Getestet Schon Ne Hab ich Nicht Albtraum Ist Das Erste Drin Mal Ich Mochte Die Sewers Sehr Gerne Aber Ich Mochte Generell Alles Von Lindell Die sind Beim Ersten Mal Echt Geil Aber Ja Beim Replayen Sind Die Echt Nervig Wenn Man Halt Nicht Weiß Ich Mein Jedes Mal Wenn Ich Das Spiel Spiele Und Ich Muss In Die Sewers Dann Hat Dann Chat Immer Für Mich So Einen Super Schnell Super Kurzen Weg Und Dann Das Voll Easy Du Machen Und Dann Bin Ich Hier Ewig Drin Trotzdem Ich Hab Die Sewers Noch Die Sind Richtig Cool Ich bin noch nicht mehr so weit weg, oder? Hey! So, und hier habt ihr dann auch immer irgendwie so einen Shortcut. Dann sagt ihr, oh, da musst du einmal rechts, links und dann runterspringen und dann bist du direkt schon auf dem Fahrstuhl. Aber ich check's nie genau, wo das ist. Und dann springe ich und sterbe. Hier ist es nicht. Das ist ein dickes Ding. Aber Hauptsache keine Great Room. Yo, Movil Katana! Let's go! Was ist dieses Gerät? Bevor er schießt! Fast eine geile Tröte, Mann. Fast eine geile Tröte. Ja, cool. Hier ist so ein scheiß Wagen. Hängt der in der Luft? Chase куда chiffresgel Des 카thats champ? Oh Gott. Boatschen. down hab ich dir keine Schmerzen hinter der Hoffnung aus. Irgendlichkeit geht nicht in der Hoffnung. Das ist das war groß! Nee, der schläft nicht. Ja, der Parry ist nice, das stimmt. Aber die Tröte auch. Das erste Mal den Wagen von oben gekillt habe, bin ich selbst mal mit in die Luft geflogen. Ich habe es nur in Videos gesehen, ich habe es nie selbst probiert. Okay, ich bin unten hier. Noch eine Hero-Rune. Roguelike. Roguelike ist im Grunde, wenn ich sterbe, muss ich von vorne anfangen und alles ist gerandomized. Und ich habe noch eine Mod drin, dass alle Nebelwände gerandomized sind ebenfalls, sodass ich nur durch Dungeons laufe. Also quasi wie so ein Binding of Isaac oder so spiele ich gerade. Ich bin nie in der Open World, nur in Dungeons unterwegs und ja, versuche irgendwie durchzukommen. So, noch ein Shortcut. Ja, Devil Deal gibt es leider nicht. So, ich habe echt dicke Runen bekommen. Wir gehen auch mal kurz gleich Roundtable und gucken mal, ob es dort was gibt. Ich liebe Elden Ring Waffen so sehr. Ja, gibt schon echt viele coole, Mann. 66.000, Leute. Der letzte Run für heute sieht wirklich echt vielversprechend aus. Ja, ich freue mich auch sehr auf das ganze neue, den ganzen neuen Kram. Ein bisschen für Healing Spells. Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne, Digga. Ja, den Rest lassen wir, ne? So, wie leveln wir? Also. Ja, ich brauche eigentlich eher Upgrades für meine Waffe, ne? Weil die skaliert ja nur mit Dingens, ne? Die skaliert ja nur mit Stärke und Dex und dann halt nur auf D. Das heißt, die wird am meisten profitieren eher durch Waffen-Upgrades. Junge, der Croc-Song. Äh, wir können mal kurz hier die Nebelwand abchecken. Wo komme ich hier raus? Das passt, der Song passt perfekt zu diesem Run. Wo kommen Sie mir? Wo kommen Sie? Wo es so ist? Er macht den Shit, er macht den Shit Panic Rolls Oh, warte, pass auf Was ist, wenn ich hier die hier nehme? Die kommen nicht an, die Blubberblasen Die Blubberblasen kommen nicht an Okay, die machen echt wenig Aber gestackert Hallo? Achso, ich bin noch im Menü Wo ist denn der hin? Wo ist denn der hin? Huch Ja, cool Das haben wir jetzt für eine Nadel gemacht Dass wir jetzt die coole Quest starten können Nice Jedes Blubberblasende Blasende Blubberblasen Baby Wird zum Blubberblasenden Blubberblasen Blasen Geblasen Ja, da müssen wir doch nach unten Es gibt keinen anderen Weg, ne? Ich muss leider da durch Aber diesmal habe ich eine Laterne Diesmal seht ihr was, okay? So Wo musste ich hin? Hier lang? Okay Hier hat aber auch so viel Rums und Wumms Einfach geil, ey Einfach Traum, dieses Spiel Das habe ich nicht getroffen, lol Das hat wieder nicht getroffen Leute, einfach Traum, dieses Spiel Übertreib jetzt nicht Ne, ich übertreib nicht Ich habe halt keinen Geschmack Hast du das auch schon festgestellt Schnauze So Und ich glaube Da müssen wir jetzt rein In die Röhre, ne? Ja, okay Ein Runenbär Ich hoffe Das ist der falsche Weg Steckt hier jemand drin? Da steckt jemand drin? Naja Naja Ja, ich glaube nicht, dass ich mit ihm kuscheln möchte Ne So, das ist jetzt der schlimmste Part, glaube ich, gewesen Also Wegen Orientierung Ich glaube, das war so das Schlimmste Hier verlaufe ich mich dann immer Das davor geht Aber hier ist Katastrophe Mit langes See? Rechts, rechts, links, rechts, oben, unten, B Welche Richtung ist B? Nein, ich dachte, ich kriege ihn noch Schade Heavy Load Shit Ne, die von Die Dinger ist cooler Wir gönnen uns die Krone Ich habe das Gefühl, Chad Wir müssen am Runenbär vorbei Vielleicht habe ich Glück Und der ist da so festgebackt Und kommt da nicht richtig durch Und ich kann ihn einfach mit meinen Blubberblasen wegblasen Ich habe mich verlaufen Ich kann ihn auch nicht blasen Oh mein Gott Oh mein Gott Ich glaube, der kommt hier nicht raus. Ich glaube, der steckt wirklich fest. Wer hat den armen Bär hier in die Röhre gesteckt? Dieser scheiß Morg, ne? Okay, es hat irgendwie funktioniert. Ich habe es überlebt. Ich habe keine Ahnung, von welcher Richtung ich komme. Ich glaube, ich muss hier lang. GG's Vibrator, ja. Okay, wir können hier runter und da runter. Okay. Äh, Loch! Okay, wir gehen hier zuerst runter. Moment. Achso, okay. Also, wenn ich, äh, okay, der rennt weg. Wenn ich so ein cooler Gamer wäre, dann wäre ich schon längst bei Mock, weil dann hätte ich ja den, den, den Shortcut nehmen können. Aber jetzt muss ich hier Vanilla durchlaufen. Jedes Mal eine neue Erfahrung. Ich bin im Kreis gelaufen. Okay, das heißt, wir müssen uns irgendwo hier droppen. Ich droppe mich mal hier. Ne, ich droppe mich bei dem anderen Loch. Ne, ich droppe mich hier. Mhm. Da auf der anderen Seite war ich schon mal. Da habe ich die alle getötet. Und bin dann weitergelaufen. Das heißt, ich denke mal, ich bin hier richtig. Ja! Ja! Ich glaube, ich bin irgendwo angekommen, wo man angekommen sein möchte. Ja, Jungs. Ich gehe einfach, okay? Ja, das kann ja trotzdem nicht so schlimm. Wir haben ja hier direkt einen Bonfire. Ja, dieser Jumpscare, wirklich. Holy shit. So! Mhm, 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 mhm. Dann müsste jetzt hier eine Nebelwand kommen. Ich habe mich jetzt durch die ganzen Sewers gekämpft. Nur um gleich irgendwo zu landen, wo ich direkt sterbe, oder? Das ist das, was gleich passieren wird. Aber hey, war doch mal wieder eine tolle Erfahrung, durch die Sewers zu laufen. Mann! Was ist das für ein Drecksloch hier? Oh, nein! Es ist die Scarlet Rod Höhle. Und ich habe keinen anderen Weg. Das ist der einzige Weg, den ich gehen kann. Also. Wenn ihr das nicht kennt, Chat. Scarlet Rod ist ein ziemlich, ziemlich, ziemlich mieser, mieser Statuseffekt in einem Spiel. Der sehr viel Damage macht, sehr lange anhält. Und ich habe leider nicht so viel Heilung. Und ich kann es auch nicht, leider nicht wegheilen. Weil ich bin ja quasi noch Early Game. Da ist irgendwas Unsichtbares. Da ist irgendwas Unsichtbares. Er ist auch gestorben. An irgendwas Unsichtbarem. Was war da? Aber wie perfekt ich das prediktet habe, ne? Dass ich direkt gleich sterben werde. Die Sewers gemacht, nur um dann direkt zu sterben. Ach, die Gesire, die da hochspritzen, die machen so viel Damage. Krass. Crazy. Ich habe jetzt schon keine Heilung mehr. Boah, ja. Auch wenn ich jetzt von den Gesires nicht getötet worden wäre. Hier wäre halt, also auch ohne das, das wäre eine Katastrophe, hier durchzulaufen. Mit so schlechter Heilung. Oh, Cutie Pie. Dankeschön für neun Monate mittlerweile. Dankeschön. Ey, das ist nicht mal da und es macht trotzdem immer noch so viel Damage. Was ne Scheißhöhle, Mann. Was ne Scheißhöhle. Schade. Schade, dass der letzte Run dann so. Ich meine, ich hätte trotzdem viel Spaß mit der Tröte gehabt. Ich habe zwar nichts erreicht, sondern bin Vanilla nochmal durch die Sewers gelaufen. Deathless. Hatte Spaß mit meiner Röhre. Aber das war es dann auch leider, ne? Ja, der wäre ja gar kein Boss gekommen. Am Ende kommt ja eine Nebelwand, die mich irgendwo anders hinschickt. Hey, eine weitere Challenge. Eine weitere Challenge, die ich gemacht habe, wo ich absolut nichts erreicht habe. Ich sollte wirklich eigentlich, wenn es so um Dark Souls Challenges geht, eigentlich gar nicht machen. Ich meine, es hat sehr viel Spaß gemacht, ja. Ja, das auf jeden Fall. Weil diese ganzen, das ganze, der ganze Random Shit und so mit den ganzen verschiedenen Waffen und so, ist schon sehr lustig. Aber ja, wäre schon cool, auch mal eine Challenge irgendwie, nicht unbedingt schaffen, aber wenigstens irgendwie so weit kommen, dass man wenigstens irgendwie... Irgendwie, irgendwie, dass es wenigstens halbwegs spannend wird. Aber Deathless, das ist ja nicht so schlimm, dass man theoretisch ja sterben kann. Das war ja der Plan, dass ich ja dann unterwegs trotzdem die großen Runen finde und dann, wenn ich sterbe, dann behalte ich sie ja quasi. Das wäre dann sicher nicht so schlimm gewesen. Vor allem, du kannst ja super viel Lack haben und dann nach zwei, drei Fockgates direkt schon bei Anthos sein, ne? Theoretisch. Und dann, ich will ja natürlich, ich will natürlich auch nicht zu, zu, ähm, nicht zu einfach machen, weil dann ist ja auch so eine lächerliche Challenge. Dann ist das hier so ein SMW-No-Death-Run. So eine lächerliche Scheiße. Und dann, wow, er macht, er macht einen Blablabla-Run, wo er Blablabla macht. Wow, herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Ja, das Spiel war trotzdem super nice. Der war, das hat sehr viel Spaß gemacht. Das war trotzdem sehr, sehr funny. So ist es nicht. Mir geht es ja nur allein um diesen Challenge-Aspekt, dass immer, wenn ich versuche, Challenges in, ähm, irgendwelche selbst ausgedachten Challenges zu machen, in den Souls-Spielen, dann ist es immer lustig, ja, aber ich will ja nicht nur, dass es lustig ist, sondern ich will ja natürlich auch, dass es irgendwie auch spannend ist, ne? Wenn man dann irgendwie kurz davor ist, diese Challenge zu schaffen und... Ba-ba-au, wuhu, Hype! Aber dieser Hype entsteht nie. Das ist eher so, oh, Kegi, mach eine neue Challenge. Das wird wieder richtig dumm. Das ist Teil der Kegi-From-Soft-Experience. Ich meine, wenn ich vielleicht gut in diesen Spielen wäre, das heißt, du willst ernster genommen werden, wir sollen dich anfangen. Nein, ich höre auf zu reden. Draghi versteht mich nicht, das heißt, niemand versteht mich. Ich höre einfach auf zu reden. Chat! Das war's für heute.